Wir reden noch einmal über das letzte Komitee. Und dann reden wir über eine unendliche Geschichte. Und weil das so gut passt, reden wir auch über die besten Enden der Filmgeschichte. Viel Spaß bei einer Laber-Folge von Kino Plus. Gegen jede Chance oder auch gegen das schlechte oder beziehungsweise magere Kinoangebot versuchen wir heute eine besondere Ausgabe Kino Plus auf die Beine zu stellen, zu der ich euch herzlich willkommen heiße. Und das nicht alleine. An meiner Seite ist die liebe Antje. Der liebe Sean hat sich noch mal zu uns auf die Couch gesellt. Und das nicht ganz ohne Grund, beziehungsweise nicht ganz ohne Hintergedanken. Und dazu kommt Gregor, weil Gregor tatsächlich dann auch ein Mann für eben, ja, ein bisschen Historie ist. Der alte Sack. Sag mal wieder her. Ich freu mich über jede Einladung. Und ich war tatsächlich häufiger im Kino zuletzt. Also passt das. Das ist doch gut. Das ist doch schon mal gut. Denn, aber ich find halt, du bist auch bei diesem Thema, was wir heute irgendwie versuchen, hoffentlich in der zweiten Hälfte breit und ausführlich zu besprechen, bist du meiner Ansicht nach prädestiniert oder bestens geeignet. Ja, wir wollen heute, weil das Kinoprogramm und auch das Streamingangebot, wie ich gesehen habe, nicht das allerpralleste ist, wollen wir heute mal wieder so ein bisschen durch die Gegend quatschen und labern und haben uns dafür verschiedene Themen ausgesucht. Unter anderem halt die besten Filmenden aller Zeiten. Aber passenderweise hat mich der Sean noch mal angeschrieben, die Tage, und hat gemeint, ey, sag mal, wäre es möglich, noch mal vorbeizuschauen, ich würd gern noch mal einmal ein bisschen über das eine sprechen und dann aber auch über das andere. Und da hab ich mir gedacht, ey, das passt doch wirklich wundervoll als Überleitung. Und vielleicht kriegen wir noch ein paar News mit reingequetscht, denn es sind ein paar Sachen passiert, die sind schon interessant. Und ich glaube, da sind wir hier eine gute Runde, um darüber quatschen zu können. Aber natürlich quatschen wir jetzt als allererstes über das, was wir zuletzt gesehen haben. Antje. Ich habe erst mal mich wahnsinnig darüber gefreut, dass so viele The Fall-Fans da draußen sind. Und ich habe die zweite Staffel jetzt abgeschlossen und bin weiterhin emotional sehr involviert. Ich weiß nicht, sagt euch beiden die Serie was? Eine BBC-Serie von 2015, glaub ich, mit Gillian Anderson und ... Oh, da wird er schutzig. Ja, das ist so eine original dänische Serie, die sie noch nie gemacht haben. Könnte fast sein. Leichen auf einer Brücke? Nee, nicht ganz. Aber ähnlich. Und Jamie Dornan, genau, dem Typen aus Fifty Shades of Grey. Und es geht um eine Parallelerzählung in der ersten Staffel. Eine Ermittlerin, gespürt von Gillian Anderson, ermittelt in einem Serienkiller-Fall. Und parallel bekommen wir aus dem Leben des Serienkillers erzählt. Wir wissen also von Anfang an, wer es ist. Und dann bewegen sich die Erzählenebenen langsam aufeinander zu. Und das ist wirklich sehr eindringlich und vor allem sehr realistisch. Also, es gibt jetzt in der dritten Staffel, das kann ich vorwegnehmen, es gibt eine Szene in einem Krankenhaus. Und genauso wie die Polizeiarbeit im Vorfeld extrem realistisch erzählt wird, man hat wirklich das Gefühl, im Vergleich so zu Navy, CRS und den ganzen Sachen, haben hier halt offenbar wirklich echte Polizisten und Polizistinnen irgendwie so auch mitgewirkt. Und das Ganze ist mir jetzt in der Krankenhausszene noch mal aufgefallen, dass das da ziemlich genauso ist. Allein schon, dass man im OP die Hälfte von dem, was die sagen, nicht versteht. Finde ich, ist schon ... Qualitätsmerkmal. Genau, es gibt ein ganz kleines Detail. Christopher Nolan? Nein, aber nur so ein ganz kleines Detail, um das zu veranschaulichen. Es geht einmal darum, ich glaube, das heißt inkubieren. Wie heißt das? Inkubieren. Intubieren, wenn die so einen Schlauch hier. Und allein, dass die sich erst mal überlegen müssen, welche Schlauchgröße sie für den Patienten nehmen müssen. So ein winziges Detail, wo man denkt, das habe ich noch nie vorher gehört. Aber natürlich, eigentlich müssen sie das. Gut, jetzt könnte man natürlich sagen, im Film hält man sich mit sowas nicht unbedingt auf. Ja, ich weiß. Aber in Serien kann man's. In Serien kann man's. Aber das war nicht das, was du zuletzt gesehen hast. Nein, zuletzt gesehen im Kino. Dürfen wir schon über Mission Impossible reden? Wann fällt das Embargo? Heute. Und morgen, also jetzt, sehr kompliziert, die Sendung wird am Mittwoch aufgezeichnet und erscheint Donnerstag, korrekt? Dann, wenn am Mittwoch das Embargo fällt, darfst du darüber reden. Ich fand ihn großartig. Also der sechste Teil ist ja bis heute der, von dem ich am häufigsten im Kino gesehen habe, nämlich sechs Mal. Was auch daherkommt, dass der, als er erschienen ist, das war einer dieser extrem heißen, also einer der ersten extrem heißen Sommer der letzten Jahre. Und ich hab zehn Minuten zu Fuß entfernt von dem Kino gewohnt. Und was ist besser, als wenn du irgendwie bei 40 Grad die Wohnung verlassen und ins Kino gehen kannst? Dann hat sich Mission Impossible einfach angeboten mit seinen drei Stunden. Und ich könnte mir vorstellen, dass Teil sieben, dass ich das aus Prinzip, dass ich da dann siebenmal gehen würde. Bist du denn überrascht gewesen, dass er so gut ist? Weil ich finde, dass die Qualität sich bei dem Mission Impossible Film von Film zu Film immer gesteigert hat. Abgesehen von Teil zwei, den klammere ich ein bisschen aus. Aber danach hab ich das Gefühl gehabt, die werden immer besser und besser und besser. Und ich seh, Daniel ist überhaupt nicht begeistert über das, was ich gerade sage. Deswegen. Hey, du, ich hab meinen Frieden damit gemacht. Ich bin im Reinen mit mir. Ja, wir haben schon oft drüber diskutiert. Aber meiner Meinung nach hast du absolut recht. Zweite finde ich grauenhaft. Ich mag den Dritten. Ich find, der Vierte ist der Beste. Aber du kannst sagen, sie steigern sich. Und freut mich zu hören, dass der Siebte auch anscheinend sehr schön ist. Und ich will jetzt nicht sagen, von sechs zu sieben steigert sich das noch. Nee, das ist gleich. Aber es ist auf einem Niveau. Aber ich muss sagen, die ganze Story und alles, was hier so als Gegenseite präsentiert wird, das fand ich in der Aktualität richtig beklemmend. Also, man hat das ja schon immer. Es ist so ein gängiger Thriller-James-Bond-Plot, dass man irgendeine Technologie hat, die dafür da sein könnte, die Welt zu zerstören. Und dann muss der Held oder die Heldin die halt irgendwie vernichten. Und das ist hier alles ein bisschen anders. Und irgendwie trotz der Ausmaße irgendwie so greifbar. Ja. Stichwort AI und so weiter. Ohne zu viel vorzugreifen, werdet ihr hier noch sehr, sehr ausführlich drüber reden. Also, mittlerweile so viel kann Tom Cruise nicht mehr im Tank haben. Da sieht ja mittlerweile ein bisschen aufgedunsen aus, oder? So, die an der Jugend festklammern, können auch die Operationen da nicht mehr helfen. Also, ich weiß gar nicht, ob das zu viele Operationen sind, die bei ihm zum Tragen kommen. Ich hab hier und da auch schon mal das Gefühl gehabt, als hätten sie sein Gesicht vielleicht auch digital ein bisschen bearbeitet. Ja, hatte ich auch. Aber ich muss sagen, letzten Endes ist das Makulatur. Also, das ist wirklich egal. So, es gibt eine Szene. Gut, es gibt mehrere Szenen. Was Mission Impossible ja auf jeden Fall beinhalten muss, ist Tom Cruise rennt. Ja, ganz wichtig. Aber wirklich. Also, ich freu mich schon auf den Founders Trailer in diesem Fall, der nur daraus besteht, dass er irgendwie... Aber es gibt so eine Szene, wo ich auch... Da war ich direkt bei Instant by Steven. Die hast du gesehen und ich dachte nur so, geil. Da kommt er aus einem Gang rausgerannt und läuft eigentlich nur nach links. Und die Kamera ist erst so vor ihm und dann läuft sie halt so mit ihm mit. Und das ist eigentlich nichts Besonderes so. Es ist einfach Tom Cruise rennt. Das haben wir jetzt schon 15.000 Mal gesehen. Aber er kommt halt aus so einem Gang, wo halt überall unten so Kerzen stehen. Und dann rennt er halt so links aus diesem Gang raus und dann stehen da aber immer noch Kerzen. Und diese Kamera, was ist das? Das sind mindestens 30 Sekunden, die Kamera irgendwie mit ihm gleitet so. Und du merkst halt, okay, dieser Gang ist halt einfach, er hört nicht auf. Und diese Kerzen stehen halt überall. Und das sieht geil aus. Sieht geil aus. Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr dankbar für die Mission Impossible Franchise, weil für mich gibt es wenige Filme, wo ich im Vorhinein weiß, was ich bekomme. Eine gewisse Vorfreude schon da ist und wo ich immer zufrieden aus dem Kino gehe. Also auch im Film, wo ich weiß, okay, das ist fest eingeplant, wenn der ins Kino kommt, den schaue ich mir auch definitiv an. Du hattest ja schon gesagt, dass bei dir das ewig lange her ist, dass du mal im Kino warst. Und das war bei mir teilweise auch phasenweise so, weil ich einfach nicht mehr weiß, was ich gucken soll. Ich gehe schon mittlerweile ins Kino, nur um ins Kino zu gehen. Also, obwohl ich schon von vornherein weiß, der Film wird mir nicht gefallen, aber trotzdem, ich möchte gerne ins Kino. Und bei Mission Impossible weiß ich zumindest, okay, ich sehe Tom Cruise rennen. Die Action ist super, super gut. Der Film ist immer spannend. Tom Cruise, und ich muss da wirklich ehrlich sein, es gab eine Phase in den Anfang 2000ern, wo ich absolut kein Fan von Tom Cruise war, aufgrund von Interviews und gewissen anderen Geschichten. Aber ich habe meine Meinung, was den Schauspieler Tom Cruise angeht, sowas von geändert. Ich finde, Tom Cruise ist einfach der Knaller. Also, ich bin ein Riesen-Fan mittlerweile von Tom Cruise und seinen Filmen. Ja, also, ich trenne es halt auch wirklich privat. Ja, muss man auch. Bei ihm, ich muss auch sagen, ich kriege nichts Privates so viel mit. Also, ich habe jetzt schon ewig keine Scientology-Sitzung mehr gesehen oder sonst irgendwas. Oder irgendeinen Auftritt von ihm, der wirklich in die Binsen gegangen ist, wie damals bei Oprah Winfrey oder sowas. Und ich würde auch niemals behaupten, dass ich mit allen Ansichten mit ihm da irgendwie konform gehe. Aber das muss ich bei ihm ehrlicherweise auch nicht unbedingt. Weil dafür kriege ich zu wenig mit. Wenn er da ständig irgendwie stehen würde und würde irgendwie für eine neue Weltordnung propagieren und würde ich auch sagen, hey, Tom, tut mir leid. Aber nee, das ist mir zu viel, um dann auch noch sagen zu können, ich habe Bock auf die Filme. Und wie viel davon auch in der Kunst sozusagen sich dann äußert. Genau. Und das muss man ja eigentlich fairerweise sagen, da hat Will Smith den schon etwas unglücklichere Entscheidung getroffen, was Filme angeht, die halt auch einen Scientology-Hintergrund haben und dementsprechend halt auch dann ausgelegt worden sind in die Richtung so. Und ich finde, bei Tom Cruise habe ich das Gefühl nicht. Ich mag mich irren, aber ich würde sagen, die letzten Filme von Tom Cruise habe ich alle gesehen. Also dementsprechend ... Ja gut, du musst ja hier sagen, nach der Oprah Winfrey-Geschichte, wo das einfach so enorm entglitten ist mit dem Image ... Aus der Couch rumjumpen, ne? Wurde sehr, sehr konsequent daran gearbeitet. Und rein was filmtechnisch hier angeht, alles so Run-ups seit Anfang der 2000er, kann man eigentlich als Action-Film-Fan wirklich fast alles reingehen. Und man muss ja auch nur mal rein beruflich gesprochen, ne? Rein beruflich gesprochen muss man jetzt auch noch mal sagen, ja klar, da kam jetzt vor einiger Zeit irgendwie diese Para von ihm auf, dass er nicht genug IMAX-Leinwände hat, wenn jetzt Oppenheimer ins Kino kommt und so. Aber dass die jetzt alle geschlossen hingehen und sich zeigen, wie sie entweder Tickets für Barbie oder für Oppenheimer haben oder halt für Mission Impossible und sogar alle, wirklich drei Studios sagen, ey, ihr sollt euch nicht für einen entscheiden, geht am besten in alle rein. Klar, ist natürlich, die Industrie und das Geschäftsmodell braucht halt natürlich Futter so. Aber dann halt trotzdem auch, dass ein Tom Cruise dann dieses Prozedere mitmacht und sagt, ey, hier, pass auf, guckt euch alle an. Ist doch cool. Ist cool für uns. Und wir haben da drei Filme, die Unterschiede hier, glaube ich, nicht sein könnten. Also nicht Indie als vierten sogar auch noch. Ich meine, sie hätten auch Indie-Tickets hochgehalten. Ja? Okay. Ey, würde mich auch freuen. Wurde vielleicht reißen, ausreplosiert nach der letzten Woche. Was schade ist. Also, beziehungsweise was ich schade fände, weil, ja, man kann diesen Film kritisieren. Das erzähl ich gleich noch ein bisschen. Ja, würde ich, kann ich, hab ich erwartet so, ja. Aber trotzdem steht's für eine gewisse Vielfalt an Filmen, die wir jetzt da mit diesen vier Filmen haben. Darf ich mal eine Frage kurz in die Runde werfen? Es tut mir leid, aber mich interessiert das einfach als Filmfan von anderen Filmfans, das mal zu hören. Wie findet ihr Edge of Tomorrow von Tom Cruise? Cool. Ich auch. Sehr gut. Der ist doch der Knaller, oder? Ja. Gegen Ende hin zerfasert er ein kleines bisschen. Ich muss auch sagen, das letzte dritte ist nicht mehr so scheiße. Genau, das letzte dritte schwächelt ein bisschen. Aber bis zu dem Punkt, bis das kommt, finde ich, ist es einer der stärksten Tom Cruise-Filme. Und ich warte seit Jahren, kursiert hier das Internetgerücht, von wegen, ja, ein zweiter Teil soll in der Mache sein. Tom Cruise hat sich auch schon geäußert, von wegen, dass er da Interesse dran hat. Ich würde gerne weiter in diesem Universum noch mehr davon sehen, weil ich das auch glaube, dass Tom Cruise so einen Film auch körperlich noch machen kann. Ja, hat mich einfach mal interessiert. Ob ihr den auch so feiert, beziehungsweise auch als so gut einstuft, wie ich das sehe. Ich mag den. Also beim ersten Mal, wie gesagt, da hat mich das Ende so ein bisschen mehr gestört. Und ich fand auch leider die Viecher nie so geil. Ja, dieses Tentakelwummelige oder irgendwie so. Ich hoffe, dass wenn sie das nochmal in Angriff nehmen und nochmal eine Fortsetzung machen, dass sie dann vielleicht auch ein bisschen Konzentration nehmen, dass man vielleicht mal was von diesen Viechern mitbekommt und so. Ich fand eigentlich den Film, bis sie zu diesem Staudamm fliegen, glaube ich, bis dahin war der echt gut. Also richtig gut. Und ich hab den gern gesehen. Humorvoll auch. Ja, ja. Also, weißt du natürlich nicht, wie viel der abweicht von der Vorlage? Die hab ich jetzt nicht gelesen. Das war so eine japanische Light Novel. Also so kurz Roman sozusagen. Und das wird ja normalerweise gern zu Animes adaptiert. Du merkst, dass so ein Anime-Gefühl so ein bisschen auch mit dabei ist. Und dieser Selbsthumor und die Selbstironie. Es hat sich angefühlt, als ob jemand ein Videospiel in echt danach macht. Und jetzt, okay, ich probier jetzt mal, wie ich den Level besser schaffen kann. Also ein schönes Feeling. Aber grundsätzlich, ey, machen wir den Cruise-Cast 4 irgendwann mal. Ja, auf jeden Fall. Also auf Dings hätt ich auch Bock. Auf zwei. Also Age of Tomorrow 2. Und in Mission Impossible 7 hätt ich auf jeden Fall nochmal reingehen. Yes. Mission Impossible 7 Reckoning Part 1? Dead Reckoning. Dead Reckoning Part 1. Das ist übrigens eine sehr trage, also was heißt trage, ein sehr guter Titel. Wisst ihr, was es mit Dead Reckoning auf sich hat? Hab ich jetzt herausgefunden. Ich hoffe, ich beschreib's einigermaßen richtig. Es beschreibt, wenn man sich beim Einholen von Informationen ausschließlich auf das verlässt, was man sieht oder selber weiß. Das bedeutet nur, um das zu veranschaulichen, wenn du eine Strecke ausmessen willst, dann verlässt du dich zum Beispiel noch nicht mal auf den Zollstock, weil es ja sein könnte, dass jemand von außen diesen Zollstock gezinkt hat. Du verlässt dich nur auf dich selber und die Information, die du gerade siehst. Und das ist im Hinblick auf den Inhalt perfekt gewählt. Ja, wirklich perfekt. Er ist, so viel kann man sagen, reich an Exposition. Ja, das muss man leider sagen. Das muss man leider sagen, weil sie halt auch die Action-Set-Pieces wirklich diesmal so groß und lang machen. Und ich muss auch sagen, hier gibt es zwei Sequenzen, die so kurz nach dem Anfang und in der Mitte des Films sind, die halt diesen Begriff Mission Impossible so schön einfach aufgreifen, also so schön repräsentieren, weil halt wirklich von drei, vier, fünf Seiten kommt immer wieder was Neues rein und sie müssen halt versuchen, irgendwie Herr der Lage zu werden oder irgendwie aus dieser Situation rauszukommen. Und das sind echt schöne Momente, die diesen Begriff Mission Impossible einfach noch mal auf eine, also einfach noch mal eine schöne, weiß ich nicht, visuelle Entsprechung dafür liefern. Interessant, ja. Ich will jetzt nicht zu viel, wie gesagt, ich will auch nicht zu viel verraten, weil das sind echt schöne Szenen. Wie CGI-lastig ist der Film? Ah, geht schon ein bisschen. Also ich hab mich bei dem Film, ich hab mich lange nicht mehr so oft bei einem Film gefragt, wie haben die das gemacht? Oh, schön. Und wenn man halt normalerweise weiß, ja, mit Computereffekten, ja, da sind auch welche dabei, aber ... Eine gute Balance. Ich finde, es ist eine sehr gute Balance und es gibt auch Szenen, bei denen man weiß, das kann eigentlich nur mit Computereffekten kreiert worden sein, aber du fragst dich schon, was jetzt davon genau, vielleicht, du überlegst zeitweise sogar, ob die das nicht vielleicht doch irgendwie ... Super. Ob sie Vehikel XY nicht vielleicht doch so behandelt haben, wie es im Film behandelt wird. Also ... Ich mein, beim sechsten, da gab's ja diesen Halo-Sprung, den er gehört hat. Ich kann grad sagen, nicht, dass du denkst, dass der schlechter aussieht mit der CGI und die Echtheit rausnimmt. Genau, also ich mein, sie haben halt nun mal ihn über Paris da gesetzt so und haben ihn über Paris abspringen lassen. Er ist halt nicht über Paris abgesprungen, sondern er hat halt den Sprung einfach gemacht und das haben sie dann halt umgebaut und eingeverändert so. Und hier in diesem Film, in dem Neuen, gibt's wieder solche Situationen, wo du nicht genau sagen kannst, okay, er springt oder er macht, er haut, er tut, aber irgendwie das Drumherum sieht irgendwie anders aus so. Aber es bleibt dabei. Den Sprung habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, oder? Ja, da hab ich schon gesehen, wie's verändert wurde. Genau. Er ist ja eine ganz andere Rampe hochgefahren. Genau, er ist eine andere Rampe hochgefahren, aber er springt halt da runter. Ja, und diese Fusion aus beidem, die macht's dann irgendwie wieder nochmal irgendwie so, so, ja, eigen. Das find ich tatsächlich für mich und auch vielleicht, wenn das jetzt nicht jeder nachvollziehen kann, aber ich hab den totalen Overkill bei CGI mittlerweile. Das heißt, ich sehne mich eher nach noch echten Stunts und praktischen Effekten etc. bei vielen bei vielen Mission Impossible Filmen hatte ich immer das Gefühl, dass die CGI gut versteckt wurde. Also, dass man's nicht, es wurde einem nicht in die Nase gedrückt von wegen, okay, pass auf, hier ist wieder CGI-Effekte. Deswegen, wenn du mir sagst, dass die Balance da gut ist und dass es gut kaschiert ist, das ist für mich zum Beispiel wieder ein Grund mehr, weswegen ich mich auf den Film freue, weil das sind die Sachen, die ich als Zuschauer gerne sehe. Wenn es nicht einem unter die Nase gerieben wird von wegen hier, 100 Millionen wurden für Special Effects etc. rausgegeben. Ja, man weiß, glaube ich, mittlerweile mit McQuarrie und Cruise, dass die gemeinsam wissen schon, wie man so Action aufbauen kann. Also auch das von wegen, man weiß schon, was man erwartet. Ich hab auch, als ich den Trailer im Kino jetzt nochmal gesehen habe, ey, die Musik ist immer wieder geil. Ja. Du weißt jetzt, ach man, ich werd ne gute Zeit haben im Kino. Aber ich find, am geilsten donnert sie bei Teil 2 rein. Nicht dein Ernst! Ey, das Gitarrengriff ist immer. Ja gut, der muss irgendeine gute Eigenschaft haben, der Zweite. Der Zweite hat so viele gute Eigenschaften. Ihr seid nur leider unwillig, sie wirklich zu sehen und in euer Herz mit aufzunehmen. Wenn ihr das, wenn ihr irgendwann mal bereit seid, ich bin für euch da. Du behauptest wirklich, dass Mission Impossible 2 gut ist? Nicht, dass er gut ist. Ich sage nur, dass er unterschätzt ist und ich sage, dass er sehr viele starke Qualitäten hat, die man heutzutage deutlich mehr schätzen sollte. Distanz. Ja, zum Beispiel. Da bin ich bei dir. Aber für mich ist Mission Impossible 2 wie so das Stiefkind von der Serie. Der passt irgendwie nicht in die Reihe rein. Es ist eine ganz andere Art von Film. Versteh ich. Versteh ich vollkommen. Dann sind wir uns ja einig. Trotzdem ist er ein unbesungenes Meisterwerk. So. Du wolltest doch von einem kleinen Film irgendwie was sagen. Ja, stimmt. Ich wollte gerade sagen, aber ich glaube, der interessiert auch keinen. Sag mal. Ich habe einen Film mit Max Hubacher gesehen, den du kennst. Das ist der Hauptmann aus Robert Schaas. Ah, ja. Der Hauptmann. Und ich habe mich erst mal gefreut, ihn mal wieder in einer Hauptrolle zu sehen. Und zwar in einem Film. Wenn ich jetzt den Titel sage, bitte lacht nicht. Lass mich erst mal erklären. Der Titel heißt, der Titel lautet nämlich Sachertorte. Hast du von dem Film gehört? Es ist auf Amazon Prime erschienen. Nein. Ich habe ihn auch nicht ausgesucht, sondern er wurde ausgesucht von der männlichen Person, die mit mir zu Hause wohnt. Und es ist ein Film, so ein bisschen angelehnt an Before, wie heißt der erste? Before Sunrise? Sunrise. Before Sunrise. Es geht um Max Hubacher, der großer Before Sunrise Fan ist und in Berlin wohnt und eine Frau kennenlernt. Er verbringt ungefähr drei, vier Stunden mit ihr. Dann sagt er, sie kommt aus Wien. Er sagt, gib mir deine Nummer. Sie gibt die Nummer, aber in dem Moment, wo sie die Nummer eintippt, klingelt sein Handy. Er legt auf und die Nummer ist weg. Also beschließt er, weil das Einzige, was er detailliert über sie weiß, er weiß noch nicht mal den Namen und nix, er weiß aber, dass sie jedes Jahr an ihrem Geburtstag ins Hotel Sacha geht mit ihrem Vater, um ein Stück Sachertorte zu essen. Also beschließt er, nach Wien zu reisen und maximal ein Jahr sich jeden Tag in das Hotel Sacha zu setzen und zu warten, bis sie auftaucht. Dedicated. Und daraus, ich hab das nicht umsonst gesagt wegen Before Sunrise, weil er beginnt halt diese ganze Reise als total idealistischer, ich hab eine Frau ein paar Stunden gesehen und sie ist die Liebe meines Lebens, deshalb reise ich nach Wien, Typ. Und je länger er in Wien ist, desto mehr realisiert er, dass auch Before Sunrise keine reine Liebesgeschichte ist, denn dass zum Beispiel Before Sunrise drei Teile hasche und dass sich diese Liebe in Before Sunrise oder dieses hingezogen fühlen ja zum Beispiel vorwiegend so durch die Gespräche und durch die Zeit, die die beiden miteinander verbracht haben, dass sich das ja dadurch entwickelt hat. Und so nach und nach hinterfragt er halt, ob er diese Frau vielleicht, dass er da doch irgendwie einem Ideal hinterher jagt, so als kompletter Romantiker, aber trotzdem bringt ihm die Zeit, die er in Wien verbringt, natürlich was und er lernt da andere Freunde kennen und zieht da in der WG und ist wirklich richtig überraschend schön und unkitschig und auch, ja, realistisch. Allein, dass er sich mit seinem Arbeitgeber absprechen muss, ob er halt einfach ein Jahr nach Wien ziehen und von da aus arbeiten kann, da hatte mich der Film. Wo ich dachte, in einem anderen Film wäre das für euch egal gewesen. Auch du, why not? Ja. Wie lang ist der? Du lässt den 90 Minuten gehen. Okay. Und auch, es ist, man muss aber auch sagen, ich glaube, das Hotel Sacha hat da ordentlich Geld reingebuttert, aber ey, sie dürfen immerhin genau da drin, ist ja auch, ist ja auch ein Name, so. Also von daher. Ich meine, es gibt die Sache, Torte. Ja, eben. Was willst du jetzt noch machen? Genau. Und wenn du den Film gegenfinanzieren kannst damit? Ja, genau. Und auch ein schöner Film, der auch so in seinen Neben, sehr so, zwei, drei kauzige Nebenfiguren hat, die das Ganze nochmal so schön aufwerten. Also hat mir echt bei dem Titel, ich hab den schon öfter mal bei Amazon Prime so beim Durchzappen gesehen, hab nie den Impuls verspürt, so einen Film anzumachen und war dann aber doch echt positiv überrascht. Ja, man sollte nicht immer alles nach dem ersten Eindruck beurteilen, ne? Genau. Ja. Auch mit einem sehr schönen, äh, nicht so aufdringlichen Indie-Soundtrack, wo nicht alle immer das läuft, was man schon kennt, wenn man die richtigen Radiosender hört oder die richtigen Indie-Filme gesehen hat. Also alles wirklich so eine richtig schöne, runde Sache. Von 2022 übrigens. Cool. Kannst du das mit deinem Film unterbieten? Ist der noch nischiger, noch unbekannter? Oder? Muss es ein Film sein oder kann es sein, was man zuletzt geguckt hat? Sag, was du zuletzt geguckt hast. Okay. Dadurch, dass ich vorhin schon so viel gelabert hab, mach ich mein Segment jetzt sehr, sehr kurz. Ähm, ich habe vor vier Tagen innerhalb von einem Tag und heute auf der Zugfahrt nach Hamburg, ähm, die Doku-Reihe über die American Gladiators auf Netflix geguckt. Oh. Muscle Mayhem, ne? Genau. Ja. So, für diejenigen, die nicht wissen, was die American Gladiators waren, das war in, äh, von 1989 bis 96 eine amerikanische Sendung, wo muskelbepackte Männer und Frauen, die Gladiatoren, gegen Normalos oder gegen Sportler, ähm, in Sportdisziplinen, in neu erfundenen Sportdisziplinen gekämpft haben. Und, ähm, ja, da wir ja ungefähr alle in einer Altersgruppe, äh, sind, es war ja damals eine Sendung, die man größtenteils geguckt hat. Also, ich sag Appointment für mich als kleiner Kempf. Jeden Samstagmorgen, meine ich, immer gucken, egal was man gemacht hat und dann konnte er das machen. Stimmt, es war so ein Samstagmorgen Ding, wo die dann mit den Tennisbällen abgeworfen haben. Ja, ey, diese Kanone, das fand ich super. Die Tennisballkanone oder mit den riesigen Q-Tips. Ich hab's nie geguckt, aber ich weiß, was es ist. Aber da ging's auch Backstage ordentlich hin und her. Ich hatte einen Artikel gelesen, vor einiger Zeit ein ziemlich umfangreich, und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht so in diese Doku dann geführt hat. Ja, also, man muss dazu sagen, die Dokumentation, das sind, glaub ich, fünf Episoden oder so, die gehen auch nicht allzu lange, knapp 40 Minuten, die ist unautorisiert. Also, das ist jetzt keine offizielle, was natürlich dann super ist, weil du dann halt auch Sachen hörst, die vielleicht nicht so gut sind, von Steroiden bei den Gladiatoren zu Backstage-Sex, zu anderen Drogen, die genommen wurden, etc. Also, ich weiß ja nicht, wie's bei euch war, aber ich als kleines Kind oder als Jugendlicher, ich hab mir damals immer so die, wenn mir eine Sendung gefallen hat, ich hätte gerne dieses Behind-the-Scenes-Wissen damals schon gehabt und bin einfach froh, dass es in der heutigen Zeit solche Plattformen wie Netflix, etc. gibt, die nochmal die Sendung, die man früher geguckt hat, nochmal durchleuchten, wo du dann so dieses ganze Backstage-Wissen bekommst. Aber jetzt muss ich auch mal fragen, das ist doch nicht etwas, was du als kleiner Junge wissen willst. Also, ich hab das geguckt und genau wie Wrestling, also, ich hätte niemals damals als kleiner Junge wissen wollen, dass Storylines irgendwie vorherbestimmt und ausgedacht und sonst irgendwas. Wrestling ist für mich eine andere Geschichte, aber bei zum Beispiel, jetzt nur als Beispiel bei American Gladiators, ich wollte schon wissen, woher kamen diese Gladiators, was haben die in ihrem richtigen Leben gemacht, weil für mich, die waren alle so muskulös und so weiter in ihrem halbwegs Superhelden-Outfit, so, mich hat es interessiert, okay, woher kommen die, wie sind die so stark geworden, wie haben die das geschafft, dass von diesen acht Disziplinen, die du in jeder Folge siehst, wie groß war denn bitte diese Soundstage, dass die in einer Folge alle Stationen abarbeiten konnten, mich hat das voll interessiert. So, jetzt habe ich herausgefunden, es wurden acht verschiedene Folgen quasi abgedreht, immer an derselben Station, Anführungszeichen. Ah, und dann das Setup gewechselt. Genau, dann wurde das Setup gewechselt. Das hätte ich als Kind ultra gerne gewusst. Ich war sehr nerdig als Kind, muss man dazu sagen. Also, Interesse so hinter die Kulissen zu gucken, ist bei mir tatsächlich nicht als Kind dann, als ich die gesehen habe, aber fürs Wrestling gilt das ähnliche. Sobald man einmal das Wissen hat und die Möglichkeiten, dass man da so hinter die Kulissen blicken kann, saugt man das mehr auf, weil natürlich dann so diese Suspension of Disbelief nicht mehr da ist als Jugendlicher, wo du sagst, Moment, dann muskelbepackte Leute in Spandex, die dann an der Tenniskanone schießen, da muss ja eigentlich viel mehr dahinter sein. Ja, ja. Aber ich weiß sehr, diese Dokus noch mal zu schätzen, auch die Spielzeuge, was unser Leben bestimmt oder wie das da alles heißt. Einfach, weil es noch mal, genau, es gibt einem noch mal ein bisschen Kontext eben für die Sachen, die du nur von einer Perspektive erlebt hast und du die nicht mehr so neutral angucken kannst. Also, ich kann jetzt nicht eine Folge American Gladiators angucken und die, da fühle ich mich nicht automatisch wieder wie zehn Jahre, sondern hinterfragt das schon ein bisschen anders. Ja, es ist interessant, was du gerade gesagt hast, also gerade die beiden Doku-Reihen, die ihr nochmal angesprochen habt, The Toys, The Maders und The Movies, The Maders auf Netflix, kann ich übrigens jedem empfehlen, der generell sich für sowas interessiert. Ich bin da wirklich extremst dankbar dafür, weil ich auch der Meinung bin, es hilft mir noch mal ein bisschen mehr zu verstehen, was mich als Kind daran so begeistert hat, weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin jemand, ich schaue mir immer noch gerne Cartoons an, auch von früher. Bei manchen verstehe ich sofort, warum ich es als Kind gut gefunden habe, bei anderen frage ich mich, was zum Geier hat dich da geritten, dass du das guckst. Also wirklich, wo ich nach fünf Minuten sage von wegen, okay, wie dämlich warst du bitte? Was denn, die Schnorchels kann man sich da immer noch anschauen. Die Schnorchels sind super, die Schnorchels sind super, die unter Wasser schlüpfen, die Schnorchels sind der Knaller. Nein, aber es gibt ja schon Sachen, wo man halt denkt von wegen, okay, was war da? Man hat vieles geguckt, ich kenne es von mir einfach, weil es lief und was hattest du sonst für Sachen, mit denen du dich ablenken kannst? Du hast mit einem Freund schon gespielt, Videospieler ist alles durch angeguckt, okay, ich lasse den ganzen Tag den Fernseher laufen. Ja, beziehungsweise, es mussten ja auch einige Videospiele erst mal kommen. Und wie oft möchtest du American Ninja 2 noch mal gucken? American Ninja 2 ist super! American Ninja 2 ist super! Ich liebe die! Also er ist besser als der erste. Das stimmt, ja. Findet ihr? Ja, ich muss sagen, weil ich finde, jetzt geht's los. Es gibt im ersten zum Beispiel so eine Szene, wo ein Hubschrauber explodiert. Das fand ich schon damals ziemlich billig. Du meinst, wo dieses Mini-Hubschrauber explodiert, wo man es halt voll sieht? Also das habe ich schon als kleiner Junge gesehen. Dann gibt es eine Szene, wo er mit dem Laserstrahl so einen Blumentopf zerballert. Der Ninja, ja, der Endgegner. Der Endgegner, ja, wo ich auch gedacht habe, ey, come on, also bei aller Liebe Ninjas und so, aber Laserstrahl, die brauche ich hier nicht. Das ist die Grenze für dich, nicht Ninja-Strahl. Ja, irgendwo ist ja mal gut. So, ich war hier nicht bei Star Wars, ich war bei American Ninja. So, aber ganz, ganz entscheidend, ganz entscheidend, ich fand das Outfit, das Ninja-Outfit, von Michael Dudikoff in Teil 2, einfach deutlich geiler, eleganter, cooler, cooler designed und, und, und auch schlichter irgendwie als im ersten. Du bist ein richtiger Nerdbruder. Das sind tatsächlich Sachen, über die ich mir auch Gedanken gemacht habe. Siehste, ja, und wenn man davor sitzt, das sind die Sachen, die beschäftigen einen. Ja. Oh mein Gott. So, wie sind wir jetzt auf American Ninja gekommen? Ich weiß, das ist voll kreuz und fair. Hoffentlich sieht keiner meiner Fühne die Folgen. Gladiators. Ja. Ich bin in meinem Segment auch durch, wie gesagt, ich hab schon genug gequasselt. Okay. Auf jeden Fall empfehlenswert, die Doku-Reihe auf nett. Ja, die will ich mir auf jeden Fall auch noch anschauen. Gregor, so, jetzt darfst du. Ja, ich schmeiß ein paar Kurze andrücke, weil ich war sehr häufig im Kino dann mal rein und ihr sagt, ob ihr überhaupt irgendwas noch mal näher bequatschen wollt. Übrigens, ich hab wieder gemerkt, in letzter Zeit, wo ich mehr im Kino war, ich mag es echt gerne, ins Kino zu gehen, weil man da auch wirklich dann sich tatsächlich mal mit dem Medium wieder vernünftig beschäftigen kann in der Zeit von so vieler Ablenkung und zu Hause über Streaming-Services und ich hab ne Leinwand, ich hab ein Beamer, ich hab alles, wo ich mir Sachen zu Hause angucken kann, aber seit dem Kino sich mit dem Film richtig beschäftigen und dann auch wirklich das auf sie wecken lassen, find ich toll. So, also, ich hab Fast X geguckt. Oh Gott. Sorry. Besser als der neunte. Das war aber auch nicht schwer. Ich hab gut gelacht. Also wegen Jason Momoa, ne? Jason Momoa eindeutig. Vin Diesel ist ne Schnarch-Tablette vor dem Herren und das quatschigste Ende passt vielleicht für den anderen Part, den wir haben. Aber ich hab mehr Spaß gehabt und ich würd mir auch Teil 2 dann angucken, wenn er dann da ist. Aber würdest du mir zustimmen, weil du das auch grad mit Vin Diesel gesagt hast, dass der Film, dass die Reihe so krass davon, oder gerade Teil 10, so krass davon profitieren würde, wenn Vin Diesel mal eingehen würde auf Jason Momoa? Ja, man hat's ja im Nachhinein gemerkt, dass der sich einfach pikiert gefühlt hat, dass die Leute alle Jason Momoa loben, der einfach gewusst hat, in was für eine Art Serie er dann reinkommt. Und ja, man merkt, dass der schon lange Zeit quasi abgeschaltet hat, was so das Engagement angeht. Das ist nicht der Vin Diesel, den du am Anfang vielleicht noch hast. Nee, nee, es ist nicht mehr, sondern es ist Vin Diesel die Person, die dann Schlafwandel durch angerehen. Ja, genau. Und die eigentlich auch inhaltlich, also seit Paul Walker weg ist, hast du eh dann den richtigen Anker nicht mehr da. Es ist auf jeden Fall aber ein besserer Film insgesamt, trotz der ganzen Schmuh, der Backstage gewesen ist, mit Wechsel vom Regisseur und allem drum und dran. Alleine, was sie mit John Cena in Teil 9 gemacht haben, ach, da darf mal jetzt John Cena in Teil 10 sein. Und dann wirkt er auf einmal eine Million Mal besser. Was auch immer mit den Figuren passiert, wollen wir jetzt nicht bequatschen. Dann weiter. Nichtsdestotrotz, ich hab wieder mehr Spaß gehabt, würde den nicht ganz oben irgendwo dann reinpacken, aber ich hatte keine Hoffnung nach Teil 9. Also wir hatten Dingsda Renfield gemeinsam geschaut, hab ich gemocht. Schade, dass der so gefloppt ist sonst an den Kinokassen. War eigentlich sehr unterhaltsam, sehr spaßig. Ich hätt gern auch einen zweiten Teil gesehen. Ich hab The Flash geschaut, hat mir gefallen, muss ich sagen. Der ging Ende hin, so zerfasert es auch ein kleines bisschen, aber ich fand Ezra Miller gute Performance, auch in der Doppelrolle mit dabei und auch mit viel Herz und gut geschauspielert, wenn die ganze Baggage um den Film drumherum nicht gewesen wäre und dass die ganzen Rewrites sie gekommen sind. Also ich hab Spaß gehabt damit. Ich hab Tenet nachgeholt im Kino, den gab's nämlich jetzt in 70 Millimeter im Savoy. Ich hatte den nicht gesehen über die Pandemie bisher und what the shit was that? Also, ey, ich mag Nolan ... Nicht verstehen, fühlen. Ja, aber so von wegen, ey, wenn du die Zeit rückwärts laufen lässt, dann explodiert dein Auto nicht, sondern es friert ein. Ich versteh das alles nicht. Die Grundidee find ich ja nicht schlecht, aber sie wirkt irgendwie nicht zu 100% zu Ende gedacht und es bleibt ein sehr konfuser Film übrig, der auch dramatisch einfach nicht so richtig für mich funktioniert. Dann, äh, und ich kann mich von Nolan echt gut mitnehmen lassen im Kino, auch wenn er mal ein bisschen zu viel die Musik drüber spielen lässt und die Effekte über den Dialog. Hier war das sehr kontraproduktiv, weil du verstehst ja selbst mit gutem Dialog dann nicht mal, was exakter passiert, wenn du nicht zu 1000% dich darauf einlassen kannst. Und das ist bei weitem kein Interstellar oder andere Sache, wo ich mich richtig abgeholt gefühlt habe. Okay, darf aber einem Christopher Nolan auch mal passieren. Also ich finde, er hat so viele wirklich hervorragende Filme gemacht, dass ich, dem Film hab ich ihn komplett verziehen. Ich hab den verdrängt einfach so. Ich hab ihn auch nicht verstanden, muss ich dazu sagen. Also man sieht, dass es ein Herzensprojekt ist, der soll ja auch die Idee seit über zehn Jahren dran gearbeitet haben und dann so ausformuliert haben. Und ich bin mir auch absolut sicher, wenn du exakt auf die einzelnen Teile guckst, dieses Ende, wo die Zeitlinien aufeinander zulaufen oder so. Ach, das ist tausendfach durchdacht oder so, aber das Grundkonzept stinkt, finde ich. Ja, was heißt stinkt? Denk drüber nach, dann läuft die Zeit zurück. Ich versteh, also bei dem Film hab ich immer so das Gefühl, es wird dir halt immer so viel noch, bevor du zum Kern durchdringen kannst, wird dir immer noch so eine weitere Wand davor geschoben. Weißt du, was ich meine? Also, dir werden so viele Hindernisse in den Weg gelegt oder gestellt, die du nicht auf Anhieb durchsteigst. Und irgendwie am Ende denkst du dir so, ja, ich glaub, ich hab's verstanden mit der Zangenbewegung. Aber irgendwie richtig kicken tut's dann doch nichts. Es ergibt Sinn, ohne zu viel spoilern zu wollen für den Film hier, wie der Werdegang des Hauptcharakters da ist, strukturell durch den Film. Aber der ist einfach auch wie eine Schlaftablette so ein bisschen gewesen. Ich hab das Gefühl, dass so wie diese Figur erzählt wurde im Film, dass die mich nicht richtig abholen konnte über den Verlauf des Filmes. Und der Schauspieler ist ja gut, der war auf Black Clansman, oder? Ja. Der Sohn von Denzel, ne? Denzel. Denzel. Denzel, Entschuldigung. Denzel, nicht Denzel. Vom Denzel. Und normalerweise macht er seine Sache. Gut, ich fand hier Robert Pattinson ziemlich gut in der Rolle. Aber ansonsten eben, und Kenneth Branagh hab ich gar nicht erkannt im ersten Moment. Ja, mit der war's. Als russischen Mobster. Ja, und ich hab Indy geschaut. Bitte sag jetzt nicht, dass der schlecht ist. Mein Herz blutet schon seit Tagen. Durch die Kritik. Ja, ich fand den in Ordnung. Ja, der war Volk, der war Volk. Der ist in Ordnung. Er ist in Ordnung. Er ist wirklich, er ist kein großartiger Film. Er hat wirklich seine Probleme. Aber wenn du mal irgendwie so ein paar Sachen von vornherein in der Erwartungshaltung schraubst, ja, zum Beispiel halt einfach, dass es halt James Mangold und nicht Steven Spielberg ist, dann macht der Film Laune. Ich hab ihn jetzt dreimal gesehen. Ich hab ihn zweimal gesehen, ja. Ja, ich hab ihn jetzt dreimal gesehen und es ging dreimal wirklich immer problemlos durch. Und ich hatte wirklich, ich hatte alles dabei. Ich hatte die Kritiker, ich hatte das Deutschlandpremierenpublikum und ich war jetzt am Wochenende mit Andi, Eddie, Jan Gustafsson und Tim Heinke im Kino gewesen. Und alle kamen raus und meinten, ach du, da hab ich mir aber Schlimmeres erwartet. Ich hab den im Urton gesehen, also auf Englisch. Wo ich dachte, erst mal bin ich in der falschen Vorstellung, weil die angefangen haben, Deutsch zu sprechen. Aber im Moment, das ergibt ja vollkommen Sinn. Und erstaunlich, dass ich endlich mal einen Film gesehen habe, wo die nicht nur gebrochenes Deutsch gesprochen haben, sondern auch gebrochenes Griechisch. Ach ja, stimmt, 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 stimmt. Sind die auch noch. Ich finde, der fängt ein bisschen lamer an. Aber der hat mich gegen Ende hin abgeholt. Ich finde einfach so die Finalparts und die Emotionalität, die du da gesehen hast. Und weil ich auch persönliche Verbindung zu einigen von den Sachen habe, die da gezeigt werden. Es waren schon ein paar echt coole Momente da mit dabei. Aber es ist kein so guter Film wie Raiders of the Lost Ark, kein so guter Film wie Last Crusade. Und ich mag ja auch Temple of Doom. Wir wissen erst, dass Temple of Doom nicht gut ist, seitdem das Internet uns das klagt hat. Ich mag, ich hab gestern... Ich finde den super. Nee, aber am Wochenende, nachdem wir in Indie 5 waren, hab ich mir noch mal Indie 2 angeguckt. Ja. Ey, ich find den Zweiten, ich lieb den genauso wie die anderen beiden auch. Also, Dylos Destiny hätte ein bisschen kürzer sein können. Und für mich so ein bisschen umgekehrt wie Crystal Skull, weil da fand ich den Anfang stärker als das Ende. Und hier ist es andersrum, der baut mehr auf. Der hätte gerne mal eine halbe Stunde kürzer sein können. Und die Action-Szenen irgendwie... Ich weiß nicht, ob das der Unterschied Spielberg-Mangold oder so ist. So diese Tuk-Tuk-Fahr-Szene oder so. Diese CGI hin- und herwischen, alles dumpfe Farben und so. Irgendwie, das war nicht meins. Da hab ich eine Frage zu. Hattet ihr das auch mitbekommen? Also, ich weiß noch, ich bin wirklich seit 10 Jahren, guck ich immer auf IMDb. Gibt es ein Update zu dem neuen Indie-Film etc.? Weil ich bin wirklich ein riesen Indiana-Jones-Fan. Und ich hab dann vor zwei Jahren oder vor drei Jahren gelesen, dass der neue Indiana-Jones-Film so gut wie kein CGI haben soll. Das hab ich gelesen, das war eine Ankündigung von wegen, ja, wir wissen, was die Fans wollen, wir machen noch richtige Action, handgemacht etc. Und dann seh ich den Trailer und seh halt CGI ohne Ende. Ist der Film wirklich sehr CGI-lastig? Ja. Also, er ist schon CGI-lastig. Das Problem ist aber tatsächlich auch, mittlerweile passen die das ja insofern so an, dass es alles irgendwo einheitlich aussieht. Genau, und der Rest sieht auch nicht mehr gut aus. Und das heißt halt, du siehst entweder, also du siehst wirklich Szenerien, wo du dich fragst, hä, ist das jetzt echt? Aber dann waren die halt wirklich da. Also, es ist komisch, auch bei Fast X zum Beispiel. Da waren so Sachen, die waren so verfremdet, die waren so überzeichnet, die waren so übersatuiert oder kontraststark oder halt auch farblich overpowered, dass du plötzlich denkst, hey, was guck ich mir da an? Das wirkt, also Vin Diesel wirkt in Fast X teilweise wie eine Computerspielfigur. Aber das liegt an Vin Diesel. Ja, gut, das mag sein. Aber das meine ich halt, ne? Oder hier, erinnere dich bitte an das Ende von Mad Max Fury Road. Das Lenkrad, was in die Kamera geflogen ist. Ich hab das gesehen und hab gedacht, ja klar, das war ein CGI-Effekt. Also, das haben sie einfach digital in die Kamera fliegen lassen. Nein, haben sie nicht. Es war ein echtes Lenkrad, was in die Kamera geflogen ist. Aber in dieser Farbgebung, in dem Color Grading und was weiß ich, fällt es mittlerweile halt ein bisschen schwerer, das irgendwie zu unterscheiden. Und man fragt sich halt, warum sind sie nicht da hingegangen? Und dann siehst du aber halt irgendwie anhand von Making-of-Bildern, sie waren da. Besonders heftig fand ich das bei diesem The Lost City mit Sandra Bullock und Standing Tatum. Die haben wirklich, die haben in einem Dschungel gedreht. Das sieht aus, als hätten sie im Studio gedreht. Und das meine ich. Wahnsinn. Also, es ist heutzutage für mich dann doch auch schwieriger zu sagen, ob das immer wirklich einfach nur eine Greenscreen-Wand ist, die sie da hinten. Auch, es gibt, der Film beginnt mit einer Zugsequenz, der Indiana Jones 5. Hätte ich auch ergänzt, weil du hast ja ein perfektes Beispiel mit Last Crusade in der Zugszene, wie das mit richtig gedreht aussieht. Du hast übrigens dann mit Mission Impossible sowohl eine viel besser aussehende Italien-Zerstörungsverfolgungsjagd wie in Fast X und einen viel besser aussehenden Kampf auf einem Zugdach wie in Indiana Jones 5. Aber diese Zugsequenz, da denkst du halt auch so, alles unecht, alles falsch. Aber nein, das ist nicht so. Also, die hatten da halt wirklich einen Zug. Und auf dem haben sie auch gedreht. Und die haben auch die einzelnen Waggons in Lebensgröße da gehabt und haben in denen gedreht. Also, das ist so, es fällt schwer anhand eben der äußeren Einflüsse, anhand der, sag ich mal, Designentscheidungen wirklich alles voneinander zu trennen. Vieles, was künstlich wirkt, ist am Ende gar nicht künstlich. Und etwas, das vielleicht nicht künstlich wirkt, ist dann doch künstlich. Also, was die auch bewusst gemacht haben an der Anfangsszene, ist eben da alles schön dunkel halt. Und dann mit der Face Swap, mit dem Verjüngungseffekt nicht zu sehr auffällt. Aber er fällt auch dadurch nicht so sehr aus. Er fällt nicht so sehr aus, aber es ist noch weit entfernt von, ich akzeptiere das. Also, du bist jetzt nicht bei Tron Legacy oder so angekommen, da sind wir schon weit drüber hinaus. Aber es wirkte schon weird für den Teil. Und er hat sich schon auch recht alt angehört. Ich hab ihn im O-Ton. Dann gehört, ich weiß nicht, wie es im Deutschen gewesen ist. Im Deutschen geht's? Plus, so beleuchtungstechnisch. Es ist klar, es ist dunkel. Du wirst vielleicht ein bisschen natürlicher haben, aber es ist alles so, es verschwimmt irgendwie in der Dunkelheit. Das ist mit zu wenig Licht. Ja, es ist halt, und das ist halt wieder ... Halt mal eine Lampe rein! Und das ist halt wieder das Ding. Es ist kein Spielberg. Und da wäre meine nächste Frage zu dem Film. Als ich gehört habe, dass Spielberg den Film abgibt, hatte ich riesen Bauchschmerzen damit, weil bei Spielberg gerade, was so Abenteuerfilme angeht, finde ich, hat er ein sehr, sehr gutes Feeling. Also, er schafft es wirklich, Emotionen bei Menschen auszulösen, dass man mitfiebert. Spielberg ist für mich so der perfekte Popcorn-Kinomensch. So, und als ich dann gehört habe, dass er die Feder abgibt, hatte ich, wie gesagt, echt Bauchschmerzen damit. Sagt ihr, man merkt es total, dass es kein Spielberg-Film ist? Also, merkt man wirklich, okay, komplett anderer Stil? Merkst du. Also, er gibt sich Mühe, gewisse Sachen, sag ich mal, anzupassen oder irgendwie einzugliedern auf seine Art und Weise. Ich finde, Mangold ist auch bislang nicht der größte Action-Regisseur gewesen. Also, hat er sich nie damit besonders hervorgetan, so, das ist gute, solide Action, so. Sein Framing ist deutlich enger als das eines Spielbergs zum Beispiel. Und, ähm, aber ich muss sagen, die, die, die Zwischen-, das Zwischenmenschliche, das kriegt er in den, gerade in dem Indiana Jones 5-Film, kriegt er eigentlich ganz gut hin. Also, alles, was so zwischenmenschlich da irgendwie passiert, finde ich, ist eigentlich recht gelungen. Und bei der Action muss man sich halt, wie gesagt, einmal vor Augen halten, es ist nicht Steven Spielberg. Und du weißt erst, etwas wirklich zu schätzen, wenn es nicht mehr hast. Ja, ja, ja. Ja, und wir haben auch alle geflucht bei Teil 4. Ich fand Teil 4 ganz gut. Das, das, äh, Indiana Jones 4 ist, äh, ist mein Mission Impossible 2. Okay, okay. Touché oder beziehungsweise akzeptiert. Teil 4 hat ein paar sehr gute Szenen, muss man sagen. Und ich hatte auch nichts gegen den Kühlschrank. Ich hab nichts gegen den Kühlschrank. Ich hab auch nichts gegen den Kühlschrank. Ich hab aber nach wie vor, ich hab nach wie vor was gegen die Affen. Ja, die Affen sind eine Katastrophe. Ich hab nach wie vor was gegen den Treibsand. Ich hab nach wie vor gegen diese ganze Russenlagersequenz irgendwas. Äh, und ich hab nach wie vor wirklich ein Riesenproblem mit diesem Strudel am Ende. Den ich halt wirklich Mumie 2 finde. Ja, es ist Mumie 2 oder 1. Ich find die Älgien und den, was so gut. Sorry. Was ist mit der ganzen Europa-Park, äh, im Floßfahrt, immer runter und immer runter den nächsten, äh, Wasserfall? Das ist doch auch okay. Ja, das, ey, come on, ich hab mir gestern, nee, am Sonntag hab ich Teil 2 gesehen. Und wenn das Schlauchboot aus dem Flugzeug ... Das ist auch die dümmste Szene in Teil 2. Ja, wenn das Schlauchboot aus dem Flugzeug da fällt und das sieht noch in der Luft gut aus, aber spätestens wenn sie dann den Berg runterrutschen und du halt diese Greenscreen-Aufnahmen siehst, das ist alles fernab von gut. Solange kein Greenscreen da ist. Und die Miniaturen funktionieren ja auch noch ganz gut in den alten. Also, es wär mal wieder ein Rewatch dran. Ja, wie gesagt, deswegen hab ich halt direkt nach 5 noch mal Teil 2 geguckt. Und ich, ey, mir geht's wie dir. Was soll ich denn jetzt auf eine Figur einprügeln, die mich über 40 Jahre meines Lebens begleitet? Genau. Ja? Also, das kann ich dann halt einfach nicht. Ich seh die Fehler, ich seh die Probleme, keine Frage. Aber ich spüre halt auch mein Herz, was für eben diese Figur immer noch schlägt. Und da geht das leider nicht so. Ja, ich würd keinen, ich möcht keinen Fehler kleinreden. Ich möcht auch nicht sagen, dass Indiana Jones 5 ein Film ist, den man leicht verteidigen kann. Absolut nicht. Aber was soll ich gegen mein Herz machen? Caster auch in Ordnung sonst, aber nicht so herausragend. Nö, nö. Es ist einfach alles nicht so herausragend. Es ist alles irgendwo anständig, in Ordnung, solide. Ich geh morgen gucken. Und, ähm, also meine Erwartungshaltung ist sehr, sehr niedrig. Deswegen, ähm, freue mich, wenn ich dann eines Besseren belehrt werde. Ich bin, glaub ich, morgen einfach happy, Indiana Jones noch mal im Kino zu sehen, sag ich ganz ehrlich. Also das ist die Einstellung, mit der ich reingehe, einfach happy, dass ich noch mal sehen kann. Ja. So, jetzt müssen wir ein bisschen auf die Tube drücken. Oh, sorry, ey. Ich hab hier immer voll, ey. Ja, aber pass auf. Wir machen kurz einen kleinen Informationsblock, bevor wir, äh, zu deinen Projekten kommen, Sean. Yeah. Denn, ich weiß nicht, sind die Ticker hier schon gelaufen? Nein, noch nicht. Deswegen machen wir einen kurzen Break. Was ist denn los? Was ist denn los? Jemand hat die Bohnen eingefroren. Weinstein hart. Diese Schweine. Aber Bohnen sind doch zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktivier die Glocke. Danke. Ja, wir haben heute weder richtige Kinostarts noch richtige Stream-It-Starts. Ich werde jetzt hier für unsere Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer einmal kurz abrattern, was hier als Ticker durchläuft. Das ist nämlich unter anderem im Kino starten Insidious The Red Door. Das ist der inzwischen fünfte Teil der Insidious-Reihe. Inszeniert von Patrick Wilson. Aber ein Film, zu dem es keine Pressevorführung gab. Also können wir nix bislang dazu sagen. Ist der so gut, dass er keine braucht? Vielleicht. Vierter hat er auch keine. Ja. Das weiß ich noch. Dann startet noch Love Again, mein fabelhaftes Verbrechen. Und Miraculous, Ladybug und Cat Noir, der Film, den meine Tochter gestern gesehen hat und hat gesagt, das ist nicht der Anfang, das ist der Anfang und das Ende. Ja? Und sie gesagt hat, wann gehen wir zum nächsten Mal wieder rein. Also der ist richtig, also die ist voll aufgegangen bei ihr. Love Again hab ich gesehen. Ja? Das ist das US-Remake von SMS für dich, den ich ja schon sehr lange hier propagiere. Ach. Regie-Debüt von Caroline Herford und ist okay. Der hat das große Glück, dass Celine Dion dabei ist und sich selbst gespielt. Aber das ist ja eigentlich schon cool für Caroline Herford, weil das wird ja für sie dann auf jeden Fall auch nochmal finanziell was bringen, wenn der jetzt in Amerika irgendwie nochmal aufblickt. Das denke ich auch. Wobei, was ich mir vorstellen kann, das Ganze basiert auf einem Originalbuch, also auf einem Roman. Ach so. Ich kann mir vorstellen, dass das dann vielleicht eher an die Romanautoren geht. Ja, okay. Aber kann man machen. Ist halt, hat leider nicht so ganz den Charme des Originals, aber ist in Ordnung. So. Und dann haben wir im Stream-It-Ticket, also bei den Streaming-Diensten, haben wir unter anderem Close. Das war ein Auslands-Oscar-Kandidat des, äh, diesen Jahres. Ähm, der startet auf Mubi. Francis H. startet ebenfalls auf Mubi. Dann haben wir Universal Soldier Day of Reckoning bei Paramount. Oh. Ähm, Paramount Plus. Dann haben wir Border bei Paramount Plus. Dann haben wir Brücke, Seen und Sterben bei Amazon. Der Freizeitkapitän und weitere Disney Classics, also diese Disney-Klassiker, Zeichentrick und Kurzfilme, die gibt's jetzt bei Disney Plus ab dem 7.7. Und dann hab ich mir überlaubt, nochmal Ghost Rider Spirit of Vengeance mitzunehmen, der jetzt bei Amazon startet. Der zweite ist es? Das ist der zweite, ja. Okay. Den ich ein bisschen besser finde als den ersten. Ja, das ist, Leute, das letzte Mal, wo ich hier war, um den ersten nochmal ein bisschen gekabbelt oder so. Weil ich finde den immer noch mega scheiße. Ja, der ist auch nicht gut. So, und dann haben wir noch in den Mediatheken ein paar Filme. Die haben wir aber hier als Grafik vorbereitet. Das ist zum einen ein Film, den hab ich noch nicht gesehen, der heißt Die Adern der Welt. Da geht es wohl um einen kleinen Jungen in der mongolischen Steppe, der eine, ähm, ich glaub so ein Ölbohrkonzern irgendwie herausfordert, beziehungsweise dagegen vorgeht, zusammen mit seiner Mutter. Und ich hab mal, den gibt's bei Art in der Mediathek, ich hab ein bisschen durchgeskippt, weil es hieß, der hat so geile Bilder. Und tatsächlich hat der ein paar geile Bilder, weil diese Landschaft, die sie da immer wieder zeigen, die wird richtig gut in Szene gesetzt. Ich hab ihn aber noch nicht gesehen. Dann gibt es in der Art in Mediathek einen Endzeit-Film aus Deutschland, der auch Endzeit heißt, basiert auf einem Comic, den hatten wir der liebe Alwin mal geliehen und die Umsetzung für ne deutsche Produktion, relativ ordentlich, hat so ein bisschen Last of Us-Vibe, was eben diese Bedrohung angeht, beziehungsweise die Weiterentwicklung dieser Zombie-Epidemie. Dann haben wir ein Drei-Personen-Kammerspiel auf hoher See in Form von Harpoon in der Tele5-Mediathek. Den kann ich empfehlen, den hab ich schon gesehen. Das ist wirklich halt einfach so ein, ja, Kammerspiel auf hoher See und, äh, die Emotionen und die Spannung steigern sich halt immer höher, bis es irgendwann, ja, verfänglich wird, dass halt eben diese titelgebende Harpune mit an Bord ist. Sagen wir's mal so. So, so, ebenfalls auf hoher See spielt dann auch Styx, den hab ich schon ein paar Mal hier empfohlen, da geht's um eine Ärztin, die halt so ein Segelturn alleine macht und bei diesem Segelturn halt auf ein Flüchtlingsboot, das havariert ist, beziehungsweise das völlig manövrierunfähig ist, trifft und jetzt halt schwierige, von der schwierigen Entscheidung steht, entweder das halt mitnehmen oder halt irgendwie ignorieren. Und das, äh, zeigt dieser Film dann wirklich, äh, in, in, auch teilweise drastischen Bildern und halt, äh, eindringlichen, äh, in einer eindringlichen Erzählung, weil es ist wirklich eine miese Situation, in der sich diese Ärztin dann plötzlich befindet. Also kann ich wirklich empfehlen, weil auch die Machart des Films, also auf hoher See gefilmt, wirklich sehr stimmig ist. Und ebenfalls auf hoher See spielt dann auch noch die Schachnovelle. Ich weiß nicht, sorry, das ist halt ein Zufall, dass das jetzt wirklich ... Wann kommt die Kino-Plus-Kreuz? Ja, Schachnovelle, da bist du, glaub ich, auch mit mir einer Meinung, ein unterschätzter deutscher Film. Ich glaube, er ist einfach nicht so, er hat nicht so viel gemacht, beziehungsweise er hat nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie er eigentlich verdient hat. Ist eine schöne, ähm, Adaption geworden, meiner Ansicht nach. Es geht halt um einen, ich glaub, es ist eine Art Bankier, der bei Machtübernahme der Nazis in Österreich, äh, inhaftiert wird, weil man über ihn an die ganzen Konten des Adels kommen möchte. Und da gibt's einen SS-Mann, gespielt von Albrecht Schuch, der halt wirklich versucht, mit den fiesesten Psychospielchen an diese Information zu kommen. Während Bartók, so heißt der, gespielt von Oliver Masucci, halt wirklich ums Verrecken nichts preisgeben möchte. Und sein Geist, der von allen künstlerischen und, und irgendwie anregenden und stimulierenden Einflüssen ferngehalten wird, versucht er halt im Griff zu behalten, mithilfe eines Schachbuch, was ihm halt in die, in die Finger gerät. Und wirklich, sowohl Schuch als auch Masucci, tolle darstellende Leistung, aber halt auch die beiden Handlungsstränge, die es in dem, in dem es um diesen, in diesem Roman geht, werden hier meiner Ansicht nach wirklich sehr stimmig, äh, miteinander verwoben. Also das, äh, war ein guter Film, hat mir echt gefallen. Hätte ich nicht gedacht. Und sieht wahnsinnig hochwertig aus. Gibt ja nicht allzu viele deutsche Filme, bei denen man auch sagen kann, die müssen auf der Leinwand geguckt werden. Ähm, weil man sie genauso gut zu Hause, weil sich das da auch entfaltet. Aber Schachnovelle, ich bin nicht froh, dass ich den im Kino gesehen hab. Ist der auf Film gedreht worden? Oh, das weiß ich nicht. Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Aber er sieht schon, also er sieht für Film aus, ja, nicht unbedingt digital. Aber den fand ich wirklich gut. Also ist jetzt auch nicht der übe Film schlechthin, aber dafür, dass der halt so kaum Aufmerksamkeit bekommen hat oder wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, ich mein, ist auch ein bisschen übertrieben von mir jetzt, der Masucci hat für die Hauptrolle einen Preis bekommen, also einen doch renommierten Filmpreis hier in Deutschland. Also das hat man schon in der Branche wahrgenommen, aber die Zuschauer blieben, glaub ich. Ich hatte dem auch damals mir zugetraut, allein schon wegen der, weil die Schachnovelle ist doch so ein, also eines der Bücher in Deutschland so, oder nicht? Aber es ist wieder dieses Typische, ich freu mich für alle Schüler und Schülerinnen, die ab sofort diese Schachnovelle-Verfilmung sehen dürfen in der Schule. Und vielleicht mit ein bisschen Glück schaffst du's ja mit deinem Film auch mal irgendwann in deinen Schulunterricht. Boah, was für eine gute Überleitung. Wahnsinn. Ja, Sean ist nämlich heute nochmal hier, um nochmal ein bisschen Werbung für The Last Committee, seinen Film, seine Kampfsport-Hommage an eben die ganzen Klopperstreifen aus den 80ern promoten zu können. Und ich kann jetzt ein bisschen was berichten, denn es hat ja wirklich geklappt, ich war beim Dreh dabei, meine beiden Kollegen haben's nicht geschafft, Andi wollte, aber dem ist irgendwie was dazwischen geraten und Andi war im Urlaub, glaub ich, der hat's nicht geschafft. Und ja, es war ne geile, ich war wirklich, es war ne geile Erfahrung. Ich mein, ich hab zwar keine Stimme mehr danach gehabt. Hab ich schon gehört, ja. Aber, ähm, ja, das alles mal so mitzuerleben, so wie so ein Kampfsportfilm inszeniert wird, ja. Und dann, darf ich das sagen, von der einen, äh, sag ich mal, Panne? Also es war ja keine Panne, aber ja, das, das darfst du sagen. Also, das fand ich nämlich mal, und da muss ich nochmal ne Lanze brechen, für alle Kampfsportfilme da draußen, es gibt gute, geile, es gibt aber auch weniger gute und eher so ein bisschen amateurhafte, aber egal auf welchem Niveau man sich befindet, wenn man sowas in Szene setzt, möchte ich einmal nochmal kurz hervorheben, wie teilweise schwierig und, ähm, heikel das Ganze auch sein kann. Es gab bei dem Dreh, wo ich dabei war jetzt, eine Szene. Kurt McKinney, Hauptdarsteller aus Karate Tiger 1, soll einen Kämpfer, ich hab nur seinen richtigen Namen mitbekommen, Pascal, glaub ich, ähm, sollte er abfangen. Ja, der tritt halt einmal mit dem Fuß so gerade auf ihn zu und Kurt McKinney sollte den Fuß so nehmen und sollte ihn abfangen. Das wurde auch mehrfach gedreht in der einen Perspektive. Damit er, und das war wohl das große Finale dieser Szene, damit Pascal dann halt, wie bei Karate Tiger, einen Rückwärtssalto machen kann. Ja, ob er ihn dabei trifft oder nicht, weiß ich nicht, so genau kenn ich das Drehbuch nicht. Aber er hat halt wirklich diesen Kick, den halt Kurt McKinney auffängt. Drei- oder viermal, glaub ich, inszeniert, ja, oder vielleicht ein paar Mal mehr. Und es war eigentlich alles im Kasten. Und sie haben, glaub ich, noch einen Take, der berühmte eine Take, einen Take machen wir noch, den hat er gemacht. Kurt McKinney fängt den Fuß auf, okay, ist im Kasten, Pascal tritt zur Seite und plötzlich fällt er auf den Boden, hält sich das Knie, schreit irgendwie, fuck, ja, und hat Schmerzen und ist wirklich am Boden zerstört und meint, ey, scheiße, da geht nix mehr. Und hat wohl, ja, ich weiß nicht, weißt du, was er hat? Ein Bänderis oder? Äh, nee, er hat, äh, Bänderis, oh Gott, was hat er ja nochmal? Ähm, nicht Kreuzband, aber die Stufe davor. Ich weiß nicht, wie die genaue Terminologie ist. Ja, anderes genau. Ähm, aber, und nochmal eine Lanze zu brechen, äh, Pascal, die begrüßt du nochmal raus an, 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 äh, dich. Anstatt, dass er sagt von wegen, oh mein Gott, äh, mein Knie, meine Karriere ist gefährdet, das, was ihn gewurmt hat, ist, dass er diesen Kick für Kurt McKinney nicht machen konnte. Der war richtig fertig. Also das tat ihm, also nicht, es war nicht unbedingt wegen der Schmerzen, sondern es war halt, das hatte ich mitbekommen, dass er hat wirklich, er muss sich so derartig drauf gefreut haben, mit einem seiner Idole eine Kampfszene zu drehen zu können. Und dann, man hat vorher schon gesehen, der hat schon echt so geile Kapriolen die ganze Zeit da gemacht, so wirklich so aus dem Stand, Salty und so Ratschlagen und in der Luft und so. Also richtig cool und der war wirklich on fire. Und dieser Salto war halt der letzte Shot, den, den sie filmen wollten. Der allerletzte. Und er macht nur diesen Schritt zur Seite. Es war wirklich so eine ganz dumme oder beziehungsweise einfache Bewegung. Und in dem Moment, zack, und er liegt am Boden. Und ja, und der Notarzt, der irgendwie kam, meinte, ja, das musste, glaube ich, erst mal zwei Monate schonen. Und er hatte, glaube ich, schon irgendwie Verpflichtungen für den nächsten Film. Ja, genau. Ja, also deswegen, also, und da ist mir erst mal bewusst geworden, fuck, also mit solchen kleinen Momenten kannst du so einen Drehtag auch wirklich, a, gefährden oder halt in wirklich, ja, komplett auseinanderreißen. Ja, ja. Und wir wussten von euch, dass ihr zu einer bestimmten Zeit wieder aus dem Mojo Club in Hamburg wieder raus sein müsst, so, weil sonst wird's halt nochmal richtig teuer. Genau, genau. Das war auch mit einer der größten Drucksituationen, die wir halt hatten. Wir wussten, okay, es darf nichts wirklich Desaströses passieren, sonst haben wir ein riesengroßes Problem, ähm, aus Budgetgründen und aus terminischen Gründen. Ähm, also wir sind nachhinein, man muss ja immer das Gute im Schlechten sehen, auch wenn es halt, äh, schwierig ist, wir sind sehr, sehr, sehr dankbar, dass es wirklich bei der letzten Szene war und wir noch das Ende improvisieren konnten. Und, ähm, ja, es tut mir unglaublich leid für Pascal, ähm, aber ich spreche jeden Abend drei Ave Maria und bin dankbar dafür, dass der Rest noch funktioniert hat und sich keiner verletzt hat. Ähm, wenn du mit wenig Geld arbeitest und mit einem engen Terminplan arbeitest, da musst du halt echt beten, dass alles so läuft, wie's geplant ist, sonst hast du echt ein Problem. Und es war schon, also es war wirklich schon schnell, das hat mich erstaunt, weil der, wenn ich's richtig verstanden hab, der Regisseur hat auch ständig die Kamera geführt, ne? Richtig, genau. Unser Regisseur, Ross W. Clarkson, unter anderem für die Kampfsport-Filmfans, ähm, mitverantwortlich für Undisputed 2, Undisputed 3, die Filme mit Scott Adkins. Ähm, er ist normalerweise in DP, also Director of Photography, für die Kamerachief zuständig und, ähm, ja, macht bei uns halt auch die Regie. Wir wollten, wir wollten ihm die Chance geben, weil er auch ne gute Vision hatte und im Nachhinein, Stand heute, sind wir sehr zufrieden mit dem, was er gemacht hat. Du kannst uns ein bisschen was zeigen von dem, was er bislang gemacht hat? Ja, ich weiß nicht, wie ihr's abspielen könnt, aber ja, ich hab, äh, ein paar, oh boah, das geht ja schnell. Kannst du auch vormachen sonst noch. Nee, nee, besser. So, also das sind ein paar Szenen, die wir gedreht haben, logischerweise ist das jetzt in reduzierter Qualität, stellt euch das einfach nochmal in mehr HD vor. Aber da seht ihr, das sind Szenen vom Komitee, die sind auch noch nicht fertig, gecolorgradet, das heißt also auch vom, äh, vom Farbton her wird's besser, äh, noch besser sein. Da haben wir noch ne Trainingssequenz mit Mathis Landwehr und Billy Blanks, auch einer absoluten, äh, VHS-Martial-Arts, äh, Legende. So, ähm, ja, also wir haben uns sehr, sehr viel Mühe gegeben vom Look, es wirklich Oldschool-mäßig aussehen zu lassen. Ich hoffe, das kommt auch ein bisschen, äh, durch. Schöne Beleuchtung, muss ich sagen, das ist ja super wichtig gerade, wenn ihr in so dunklen Locations auch seid. Total, total, und, und, äh, oh, sorry. Ähm, es hat ja einen Grund, warum ich auch nochmal hier bin. Ey, hau raus, dafür bist du da. Also für diejenigen von euch, die das noch nicht wissen, der Film The Last Komitee ist, äh, ein Projekt, was wir quasi selber als Filmfans, ähm, mit anderen Filmfans zusammen finanzieren. So, das heißt, äh, wir haben eine Crowdfunding-Aktion gehabt über Kickstarter, wo, äh, ein großer Batzen von dem Budget, was wir für den Film, äh, verwendet haben, äh, zusammengekommen ist. Und jetzt, wo wir den Film abgedreht haben, sammeln wir gerade, äh, sammeln wir Geld, da klingt so, als wenn ich so auf Spendenfuhr bin, so Spendengala Kino Plus. Äh, jetzt gerade, ähm, versuchen wir noch weitere Fans zu mobilisieren, damit wir die Post-Production, ähm, finanzieren können. Sprich, dass wir das Color-Grading für den Film machen können, das Sound-Mixing, das, ähm, den kompletten Schnitt, die Filmmusik, etc. Ähm, das Ganze könnt ihr auf thelastcomitemovie.com, ähm, machen, da gibt's einen Link, da steht drauf Indiegogo, da drauf, äh, klicken. Und dann kann man, boah, voll die Werbe-Geschichte hier, da kann man halt für, äh, für einen geringen Betrag oder für einen gewissen Betrag T-Shirts von The Last Komitee, äh, bekommen. Man kann als Executive Producer genannt werden im Film, man kann Autogramme von den Stars kaufen, Regiestühle, die von den Stars unterschrieben worden sind. Also alles, was das Filmherz begehrt. Ja, das klingt auch gut. Ja, ich würde es. Und es wird, äh, es wird, äh, blutig. Also ich hab, äh, diverse Blutspritzer sehen dürfen. Also, ey, es ist Blutsport. Hast du die von der Brille gemacht? Nee, nee, es ist halt wirklich Blutsport, ne? Also du hast dann, das Lustige ist, kannst du dich noch bei Blutsport erinnern, als der, als Van Damme diesem Araber, glaub ich, den Goldzahn auskickt. Und dann geht dann der, 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 der Ringputzer geht halt so hin und beißt so auf den Zahn und so. Und das haben wir halt mehrfach gesehen, wie die Damen bei euch, oder beziehungsweise die, die, die Runner, wie die halt immer wieder auf diese Matte gegangen sind und schnell, schnell mit der Sprühpistole versucht haben, das Blut wegzuwischen. Ja, 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 ähm, ich würd gerne noch eine Sache sagen, da bin ich auch schon durch. Also, wir haben ja sehr, sehr viele Legenden in diesem Film. Also von, äh, Kurt McKinney, wie du schon gesagt hast, Hauptdarsteller von Karate-Tiger, äh, Mohamed Kissi, der Tong Po bei Kickboxer gespielt hat, Billy Blanks, äh, Matthias Hus, äh, bekannt aus Kickboxer 2, Karate-Tiger 2 und, äh, I Come In Peace. Ähm, dann haben wir Cynthia Rothrock, eine der erfolgreichsten Actionfrauen aller Zeiten. Ähm, wir haben Abdel Kissi, der, äh, Attila bei Leon gespielt hat. Absent without Leaf. Richtig, genau. Ähm, da Mathis Landwehr, einen deutschen Schauspieler, der unglaublich gut performt hat, wo wir echt mega, mega happy sind. Äh, Stan Busch, äh, der die Titellieder von Kickboxer und Bloodsport gesungen hat. Ja, und Transformers. Und Transformers, die Animated Movie, super underrated Zeichenrechtsfilm, unbedingt gucken. Ähm, der macht die Musik, äh, Paul Herzog, der die Filmmusik gemacht hat, macht die auch bei uns. Also, ja, es ist wirklich ein, 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 eine Hommage an Filme wie Bloodsport, Karate-Tiger, äh, Kickboxer, etc. Wär einfach cool, wenn ihr uns unterstützt. Kannst du mir noch sagen, wie alt der Sohn von Bolo Yang ist? Ja, der ist Anfang 50. What? Ja, natürlich. Alter. Also, Bolo war doch einfach 50 damals. Ja, Bolo war bei Bloodsport schon, ich glaub. 52, würd ich sagen, oder? Nee, nicht 52, Anfang 40, Anfang 40. Wirklich Anfang 40? Ja, wir reden von einem Film in den 80er Jahren, ne? Ja, aber der ist auch schon ziemlich alt jetzt. Ja, ja. Aber gut, ja, ey. Alter, weißt du, was der für einen Körper hat? Ja, ja, unfassbar. Alter, was? 50? Ja, ja. So, also, über Indiegogo kann ich noch dann beitragen. Ey, das ist die absolute Bekannung. Nee, 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 bei Indiegogo musst du beitragen. Du musst dich beitragen. Bei welchem Tier muss ich einsteigen, dass mein Lieblingssatz aus Karate-Tiger dann drin ist? Wenn deine Schulter sich bewegt, dann seh ich das. Soll ich's mal, es ist so interessant, dass du das grad sagst. Es kamen ja auch viele Fans aus der ganzen Welt zum Dreh, um als Kompase mit dabei zu sein. Und was ich nicht gedacht habe, ist, dass der meistgequotete Satz, den alle Menschen aus Schweden, aus Polen, Amerika, der meistgequotete Satz ist, when your shoulder moves. Ey, unfassbar, wie kleben geblieben sind wir denn bitte auf der ganzen Welt, dass wir uns so was merken. Frag mich nach dem Satz des Pythagoras. Ich hab keine Ahnung, aber so einen Kack kann ich mir da merken. Aber den Satz des Bruce Lee, den behält man sich. Ja. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, danke schön, dass ich das hier loswerden durfte. Ey, wie gesagt, ich hatte einen echt guten Tag. Hier nochmal Gruß an den Herrn Berger vom ungeschnittenen Podcast, mit dem ich halt die ganze Zeit eigentlich auch nebenan oben auf der Balustrade stand und wir wirklich, ey. Das Schlimmste war ja, dass du gesagt hast, ihr müsst auf Englisch schreien. Und ich hab die ganze Zeit so, fuck, fuck, fuck him, fuck him up. Super, du machst das, okay. Während alle, yeah, yeah, yeah. Einer ruft, fuck, fuck. Ja, ich bin gespannt, ob ich zu sehen bin. Bestimmt. War cool. Aber das war auf jeden Fall, es war cool. Also auch mit den ganzen Komparsen da oben so, das hat echt sehr viel Spaß gemacht. Wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und vor allem, es war halt mal wirklich sehr aufschlagreich zu sehen, wie so Kampfsportfilme, also so ein Kampfsportfilm gedreht wird so. Und deswegen, also nochmal absoluten Respekt, dieser eine Move, der halt wirklich schiefgegangen ist und der halt kurz bevor das Finale, ja, irgendwie aufgenommen werden sollte, das ist echt ein Risiko. Und da nochmal Respekt, dass ihr das da so krass durchgezogen habt. Dieser, dieser Master Lee, wer ist das nochmal? Ähm, ja, Master Lee habe ich tatsächlich auch erst beim Dreh kennengelernt. Der Kontakt kam über unseren Stunt-Koreografen Mike Möller zustande. Ähm, ohne jetzt zu viel zu sagen, aber das, 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 das kann man schon sagen. Was bei ihm halt super cool ist, ist, dass er dieses Drunkenboxen einfach beherrscht und dass man in einem Komitee Drunkenboxen mit drin hat. Also da ist mir echt einer abgegangen, als ich es gesehen habe. Ey, vor allem, der war, der war auch, wie alt ist der? Ja, ist der auch Anfang 50 sein? Anfang 50, ich würde sogar sagen, also wenn du mir sagen würdest, der ist 60, würde ich es auch glauben. Aber Alter, was der eine Präzision hatte, der hat da seine ganzen Cutters und was er sich, was er da gemacht hat und das auch in einem Kampf gegen so einen Luchadore, zack, 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 richtig, mit einer Schnelligkeit, unglaublich, unglaublich. Also ich meine, im Film sagst du ja immer gerne, naja, ist vielleicht angespeedet worden oder so, ne? Aber ich hab's ja jetzt wirklich live gesehen, also ohne irgendwelche Schnitte und Technik und sonst irgendwas. Und der Typ war wirklich schnell. Der war wirklich schnell. und richtig sympathischer, nennt er mal. Ja, das auch. Also, cool. Ja, freu ich mich, freu ich mich. So, kurz, bevor wir noch auf ein weiteres Projekt eingehen, wollte ich noch mal kurz zwei Sachen abhaken. Habt ihr die Superman-Entscheidung mitbekommen? Wer jetzt Superman und wer jetzt Louis spielen wird? Ja, hab ich. Rachel Brosnahan ist das dein. Und Henry Cavill Light. Henry Cavill Light, ja. Ja, das ist der Junge, der hat in Pearl, oder glaub ich, in Pearl oder Xen. Ja, stimmt, genau. Boah, sehen die sich ähnlich. Oh mein Gott. Mit den Namen konnte ich bei beiden leider nix an. Ja, Brow Sweat, Sweat Brow irgendwie? Sweat Brow. So ähnlich, oder? Coven Sweat oder so heißt der. Corbin Sweat. Corbin Sweat. David Corrin Sweat. Ja, wie gesagt, ich kannte ihn nur aus Pearl. Ich hab ihn vorher nicht so wirklich wahrgenommen. Und sie ist halt Mrs. Maisel. Das wusste ich halt schon. Aber, ja. Von der Optik her, finde ich, passt aus. Ich finde auch, Beide, er ist halt wirklich ein junger Henry Cavill. Und ich glaube, damit bleibt man dann doch irgendwo in einer Linie. Ist doch in Ordnung. Ist doch wirklich fein. Ja, in James Gunn we trust. Ja. Für solche Sachen. Da hab ich gar keine Bedenken. Aber vertraust du auch in Greta Görwig? Äh, von wegen Barb, oder? Ja, Barbie auch. Also ich mein, Barbie ist ja jetzt der nächste großes Ding. Ja. Aber sie macht jetzt. Narnia macht sie. Sie macht jetzt für Netflix zwei Narnia-Filme. The chronic world kills us. Na dann. Ich hab die Narnia-Filme nie gesehen. Und irgendwie auch da ist es niemandem so richtig gelungen, mir das schmackhaft zu machen. Nee, könnt ich jetzt auch nicht. Daher, ähm. Ich, also, ich vertraue Greta Görwig. Ja? Noch. Ich vertraue ihr auch, dass sie das mit Barbie hinkriegt. Können wir erst mal Barbie abwarten und dann darüber reden? Ja. Habt ihr mitbekommen, dass Barbie in Vietnam verboten wurde? Wegen dieser Map-Geschichte, die dann wohl auf irgendwelche chinesischen Sachen gezahlt? Ey, was, also, was eine, ich weiß nicht, ob man dazu Quatsch sagen kann, weil ich möchte jetzt nicht, äh, diese Situation, dass man sich da um Teile des südchinesischen Meeres streitet, die möchte ich jetzt nicht als Bagatelle oder sonst irgendwas abhaken so, aber da ist eine sogenannte, die sogenannte Neun-Punkte-Linie auf einer Karte in dem Barbie-Film zu sehen. Diese Neun-Punkte-Linie ist, wie soll man sagen, seit 2009 sorgt die für Diskussionen, weil China damit den Anspruch an eine bestimmte Meeresregion erhebt. Aber keiner irgendwo auf der Welt akzeptiert das, nicht mal die Amerikaner. Ja, und es gab auch zwischen China und den Philippinen zum Beispiel im Jahr 2012, ähm, ja, etwas, wie soll man sagen, aktivere Auseinandersetzungen, weil man sich da um gewisse Meeresgebiete streitet. Vietnam erhebt auch Ansprüche auf Teile dieser, äh, Meeresgebiete, die mit dieser Neun-Punkte-Linie eingezeichnet werden. Und es gab schon bei Uncharted, gab's da auch schon Stress, der nämlich, und auch noch bei einer Serie von Netflix, wo diese Karte mit dieser Neun-Punkte-Linie zu sehen war. Und weil die jetzt halt auch in Barbie zu sehen ist, hat die vietnamesische Regierung verlauten lassen, dass das eine Beleidigung ist. Wieso schneidet man das nicht raus? Wer weiß, ob das wirklich ein bewusstes Politikum ist oder nicht. Wir hatten ja eine ähnliche Diskussion, das war damals, glaub ich, der Trailer zu Top Gun Maverick. Ja, genau, wo der Aufnäher gefehlt hat. Wo der Aufnäher dann nicht mehr, ich glaub, Taiwan da stand, sondern China irgendwas. Und da gibt's ja auch eben entsprechend diese ganzen Sachen, wo du denkst, oh, kuschen die jetzt vorsorglich die Filme machen, damit sie ihre Filme noch in China dann zeigen können. Weil immer mehr wird ja gestrichen in China, was gezeigt werden kann. Die Ergo fehlen dann die ganzen Einnahmen. Und das wär natürlich ein komischer Nachgeschmack, jetzt hier auch noch mal für einen Film, der eigentlich komplett auf was ganz anderes eingeht, dass da irgendwie so vorsorgliches Verbeugen vor der chinesischen Regierung da wäre. Ja, zumindest vor dem chinesischen Geld, ne? Also, weil die haben das ... Großer Markt. Die Amerikaner, wie gesagt, erkennen diese neuen Punktelinie auch nicht wirklich an, lassen aber diese neuen Punktelinie in dem Film, damit's halt auf jeden Fall in China laufen kann. Und ... Mhm. Und das in einer ... Das ist doch eine krude Map, die so die Welt zeigen soll vom Barbie-Perspektive aus. Ich mein, ey, wirklich ... Ich find's halt ... Ich muss sagen, wenn das jetzt in so einem Film wie Top Gun ist, ja, dann kann ich das irgendwo verstehen. Was sie aber rausgenommen haben für den finalen Film. Ja, ja, ich weiß. Aber nur in so einem Film Militär, um irgendwelche Schattenstaaten, die da irgendwelche Geheimbasen und so was haben, da kann ich verstehen, dass man da irgendwie vielleicht ein bisschen vorsichtiger ist. Aber ... Ja, da fällt mir übrigens ein, die waren ja sehr vorsichtig bei Top Gun Maverick. Mein Lieblingsbegriff aus der deutschen Lokalisation war Schurkenstaat. Schurkenstaat. Nein, die haben nie genannt, wer der Bösewicht war, aber ein Schurkenstaat. Hammer. Ja, komisch. Also, ist schwierig. Aber, na ja, ich bin gespannt. Ich freu mich auch auf Barbie, muss ich sagen. Jetzt hab ich mal durch den neuen Trailer verstanden, was für eine Art Film das sein soll. Da war ich ja ein bisschen durch den ersten sehr wagen Trailer noch nicht wirklich abgeholt, hab ich mich da gefühlt. Aber wenn du dich erinnern kannst, als wir Peace mir gemacht haben, da wusste ich nicht, was wird das für ein Film. Jetzt weiß ich schon eher, was es ist. Ich bin nach wie vor ratlos. Ich bin auch nach wie vor ratlos, für wen dieser Film sein soll. Das steht auch im Trailer. Für alle, die Barbie lieben und für alle, die Barbie hassen. Es ist Elf mit Barbie. Ein Film für jedermann. Aber würdest du dir ... Würdest du Geld ausgeben, wenn du Barbie hasst? Warum solltest du Barbie hassen? Ich glaube, es steht halt so im Trailer, wie's gesagt. Ich weiß, aber ... Ich glaube nicht, aber ich glaube schon, dass von Anfang an dadurch klar werden soll, dass es eben keine ... Loco-Live? Nee, dass es nicht in die Richtung geht, wie diese ganzen Barbie-Animationsfilme auf Netflix zum Beispiel gehen. Also ich glaube, auch von den drei Filmen, die diesen Sommer dominieren, Mission Impossible, Barbie und ... Oppenheimer. Oppenheimer wird Barbie definitiv der erfolgreichste. Allein schon deshalb, weil viele Eltern mit ihren Kindern da reinrennen werden, um dann zu verstehen, ach, okay, das ist doch eher ein Film für mich und nicht für mein Kind. Ja, und das ist halt die Frage. Also, hat der schon eine Altersfallgabe? Nee, darauf kommt's natürlich an. Also ich glaub auch, wenn der nämlich PG-13 wird, dann ist das Thema, glaub ich, schon wieder ein anderes so. Ich glaub auch eher das Gefühl, es ist sehr ... Also mein Eindruck wäre, es ist ein Vehikel für eine Story, die erzählt werden will von einem Charakter. Ich denk ein bisschen, der ist vielleicht ein bisschen Fehlerplatz, oder weil Will Ferrell da auch jetzt mit dabei ist, aber Elf, auch so ein bisschen Fish-out-of-Water-Geschichte, aber eben mit einer herzerwärmenden Story vielleicht. Es gibt ja das Gerücht, dass Will Ferrells Rolle in Barbie Lord Business aus dem Lego-Movie sein soll. Okay. Oh, war interessant. Also, beziehungsweise der Vater aus dem Lego-Movie. Mhm. Interessant. Weiß man nicht. Wäre machbar, weil ... Die Dinger sind ... Wann war der letzte? 2007? 2008? Da gab's so eine Trilogie, mein ich, ne? Ich glaub drei. Ja, Ritt auf der Morgenröte, irgendwas mit Prinz Caspian. Prinz Caspian war mein ich der zweite. Und halt die Kroningen von Anja der Erste. Ja, also, die Bücher sind ja sehr beliebt. Ich würde zu. Ja, die Bücher sind ja sehr beliebt gewesen. Und ich mein, so Herr der Ringe, Game of Thrones ist schon ein bisschen durch. Dann lass uns mal gucken, was wir wieder aufleben lassen können. So nach 10, 15 Jahren wird mal wieder Zeit für ein Reboot. Ja. Ich bin tatsächlich sehr gespannt darauf, weil ich finde, dass die Filme von früher tatsächlich, nicht das gehalten haben, was sie versprochen haben. Und ich finde, die Materie wurde nicht so gut behandelt, wie das Potenzial letztendlich war. Deswegen seh ich das gerade als eine Chance, es diesmal richtig zu machen. Also, ich bin bei beiden, bei Teil 1 und bei Teil 2, frühzeitig aus dem Kino gegangen. Ich bin tatsächlich immer, wenn ich merke, nach einer Stunde von wegen, ist es Zeitverschwendung. Du bist noch mal in Teil 2 gegangen, hast du schon aus dem ersten Haus gegangen? Ja, weil ich tatsächlich die Bücher interessant finde. Und ich wollte eine zweite Chance geben. Den dritten hab ich mir tatsächlich gar nicht angeguckt. Ich bin hier echt gespannt drauf. Ja, sie haben auch vorsorglich erst mal 2 Filme ins Rennen geschmissen. Aber es gibt noch eine andere Jugendbuchverfilmung, die auch ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat. Nämlich die 5 Freunde kommen zurück. Juhu. Und das von niemand geringerem produziert als Nicolas Winding-Reffen. Fürs ZDF. Und BBC. Und BBC. Der macht wie Sherlock damals 3x90 Minuten. Aber nur als Produzent bislang. Regisseur ist jemand, den kannte ich bislang auch nicht. Nicolas Winding-Weffen. Nee, der hatte bislang nicht so viel gemacht. Der Last Looks mit Charlie Hunnam und Mel Gibson im Thriller. Ähm, wie heißt der? Irgendwie was mit Kirby oder so. Äh, Tim Kirkby. Oder Kirkby? Ja. So in der Richtung. Der wird Regie führen. Und ja, Reffen wird produzieren. Mhm. Und ich bin gespannt, ob man das irgendwie, ob man davon irgendwas merkt. Ich bin gespannt, ob sie das in den Trailern, in die Trailer packen. Vom Macher von Drive. Oder Only God Forgives. Neon Demon. Kommt, yes. Freunde. Und dann zur gleichen Musik und mit dem Neonlicht. Also, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, da stand nur Nicolas Winding-Reffen, äh, Adapts The Famous Five. Mhm. Und ich dachte so. Ist das so Western oder was? Klingt echt so, ne? Was soll das sein? So, ja, okay, warum macht da jetzt jeder so ein Gewese drum? So, ne? Also, The Famous Five. Dann würde halt die Famous Five adaptieren. Scheiß doch drauf. Bis ich dann gerafft hab. Moment mal, Annette Blyton? Annette Blyton, ne? Ähm, die sagt mir doch was. Und dann hab ich erst mal realisiert, dass, äh, ja, Die Fünf Freunde im Original The Famous Five heißt, was ich vorher bislang... Ach, wusste ich auch nicht. Oh, okay. Wusste ich nicht. Ja. Ich mein, das ist das, was du gesagt hast, ne? Man geht so ein bisschen selbstverständlich her in seiner Kindheit und denkt sich, ja, TKKG, drei Fragezeichen, fünf Freunde, alles deutsch. Ich bin davon auch ausgegangen. Also, ich hör das jetzt grad zum ersten Mal, dass das nicht deutsch ist. Nee, ist nicht deutsch. Ach, Wahnsinn. Ja. Bin mal gespannt, ob ich das mit meinen Kindern gucken kann oder mit meinen Kumpels. Mit allen zusammen. Und Refn ist halt einfach großer Fan der Bücher. Das find ich so sympathisch. Das wird man nicht glauben. Ja, weil er, genau, er wollte ein Stück Kindheit kompensieren. Nee, kondensieren, hat er gesagt. Ja. Cool. Ich mag's ja, wenn Leute ihre Kindheit neu verfülmen. Ja. Apropos, wo wir schon bei der Kindheit sind und bei Kindheitserinnerungen. Du hast noch ein weiteres Projekt, was wir alle, also zumindest wir, mit unserer Kindheit verbinden. Du machst eine Dokumentation. Ja, aber okay. Ich bin ja ein Riesenfan der unendlichen Geschichte. Was man ja auch an meinem The Never Ending Story dazu sieht. Für mich ist das einer der prägendsten Filme meines Lebens. Und ich bin vor einiger Zeit auf eine Filmemacherin aus England gestoßen, die darauf spezialisiert ist, Dokumentationen über Kinder- oder Jugendfilme der Popkultur zu machen. Also die Dame hat unter anderem, also Lisa Downs heißt die Dame, hat unter anderem eine Doku über Flash, Flash Gordon, sorry, Flash Gordon gemacht, über The Flight Navigator. Wie heißt der? Oh, Flug die Navigators. Genau. Darüber eine Doku gemacht. Und sie hatte mich zu ihrer neuen Live After The Never Ending Story-Doku interviewt. Und ich war so begeistert von dem, was sie gemacht hat, dass ich als Executive Producer mit eingestiegen bin. Und ja, jetzt ist gerade die Doku in den letzten Zügen. Es geht quasi unter anderem natürlich darum, wie der Film entstanden ist. Und es werden ohne Ende Leute interviewt. Hier Noah Hathaway, der Atreo gespielt hat. Aber auch die ganzen Leute, die zum Team gehört haben. Die kindliche Kaiserin wurde interviewt, etc. Und es wird gezeigt, was die Macher und Schauspieler heute machen. Also wie das Leben nach der unendlichen Geschichte für sie weitergegangen ist. Und da sieht man natürlich auch die schönen Seiten, aber natürlich auch die Schattenseiten, was so, ja, das Leben nach einem Film der Popkultur so mit sich bringen kann. So, und wer das Ganze unterstützen möchte, Boah, junge Junge. Jetzt haut er aber einen raus. Also das ist auch eine Geschichte, die übers Crowdfunding läuft. Ihr könnt gerne mal auf liveaftermovies.com gehen. Lisa Downs. Da kann man die Blu-ray auch schon vorbestellen. Ich hab schon gesehen, was bisher geschnitten ist. Das ist einfach eine ganz, ganz, ganz tolle Doku im Stil von The Movies That Made Us, nur mit noch mehr Liebe. Cool. Ja. Und da ist aber auch dann Michael Ende. Nee, das geht nicht mehr. Der ist schon länger nicht mehr unter uns. Aber Liemal ist dabei, oder? Liemal ist auch dabei, natürlich. Ach, schön. Ich mein, der Song ist natürlich auch geil. Der Song ist mega. Ja. Ja, obwohl man weiß, dass Michael Ende ja mit dem Ende vom Film nie so wirklich happy war, ne? Und Michael Ende war mit dem kompletten Film nicht happy. Aber auch halt speziell am Ende hat er sich dann irgendwie abgearbeitet, oder? Also ich hab mehrere Interviews gesehen, wo er den ganzen Film am rummotzen ist. Muss man aber auch fairerweise dazu sagen, ich hab das Buch zum ersten Mal vor fünf Jahren gelesen. Das heißt, ich kannte vorher nur den Film. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du ein Buch geschrieben hast und das so facettenreich ist, mein Buch ist riesig, das gefühlt eine Bibel groß, dass wenn du dann einen Film siehst, wo ganz viel rausgelassen wurde und gewisse Sachen einfach anders aussehen, als das, was man geschrieben hat, dass sich der Autor dann halt, ja, darüber ärgert, das kann ich verstehen. Nichtsdestotrotz sehe ich den Film und das Buch als zwei unterschiedliche Sachen. Und für mich ist der Film einfach einer der besten, also persönlich, auch wenn ich alleine meiner Meinung bin, für mich ist das der beste deutsche Film überhaupt. Das ist mein Statement. Das ist ein Statement, ja. Und mit diesem Statement gehen wir, würde ich jetzt mal sagen, in einen kurzen Break, denn wir sprechen passend zur unendlichen Geschichte jetzt gleich mal über die besten Enden der Filmgeschichte. Pantimos hat Hände, anders als Charnera. Tut mir leid, dass ich jetzt schon argumentiere, aber Pantimos hat Hände. Es ist ein Finger. Ja, okay, aber es sind Finger. Man kann Finger benutzen, um... Okay, ja, ja, mach weiter, okay. So, und Hände sind natürlich sehr nützlich im Alltag. Man kann abwaschen damit, man kann Staubsaugen, man kann aber auch, wenn man mal einsam ist... Was kommt jetzt? Die Pause sollte gar nicht so lange sein. Ich wollte eigentlich sagen, man kann sich mit Pantimos hinsetzen und zocken. Das sieht also ein bisschen aus wie so ein... Das sieht aus wie so ein Michael-Jackson-Musikvideo. Wie so eine Theater-Performance. Genauso wie geht die Theater-Performance. Geht los und dann... Ja. Postmoderne Beliebigkeit. Verachtung des Himmels. Kapitalismus tötet. Er kommt, Vater, er kommt. Vielen Dank. So, da sind wir wieder. Und werden jetzt mal ein bisschen über, äh, ja, Enden. Filmenden sprechen. Und da über verschiedene Eigenarten von Filmenden. Zufriedenstellend, absolut erfüllend, niederschmetternd. Und aber auch, wie man so ein Ende vielleicht... definiert. Weil ich glaube, bei den Filmen, die wir hier so zusammengetragen haben, gibt es Unterschiede, wie man das Ende quasi umfasst. Oder wie groß oder breit das Ende eigentlich ist. Und inspiriert wurde ich eigentlich dadurch, ich hab vor einiger Zeit, hab ich mal wieder der Nebel gesehen. Also, so Mist. Der war bei Amazon mit Thomas Jane, eine Stephen-King-Verfilmung, die halt eben ein ganz anderes Ende hat, als die Kurzgeschichte von Stephen King, auf der sie basiert. Wo King sagte, ey, wenn mir das so eingefallen wäre, na, aber ich hab auch die Kurzgeschichte gelesen, als auch den Film gesehen, muss da auch sagen. Die Kurzgeschichte ist auch super. Die hat auch ein schönes Ende. Hat auch ein Ende, was dazu passt. Aber was dann bei der Verfilmung passiert, ist einfach so ein Gut-Punch, der einfach anders nicht möglich wäre. Und Frank Darabont musste wirklich kämpfen, um dieses Ende, was er da in diesem Film reingemacht hat, irgendwie da durchzukriegen so, ja. Vielleicht sollten wir jetzt noch mal eine Spoiler-Warnung ausrufen. Dankeschön. Weil, liebe Leute, wir reden jetzt halt über das Ende von verschiedenen Filmen. Falls ihr diese Filme noch nicht gesehen habt, ist es vielleicht ein bisschen unvorteilhaft. Aber, na ja, es sind natürlich auch eine Menge Klassiker dabei, über die wir reden und bei denen man das Ende schon kennen könnte. Ich werde jetzt aber mal ein paar Filme vorlesen. Und mal gucken, ob ihr eine Gemeinsamkeit feststellt. Mhm. Denn ich hab mich durchs Internet gewühlt und hab mal so unter dem Begriff Most Satisfying Movie Ends oder Endings oder The Best Movie Endings Ever und was weiß ich, verschiedene Listen mir rausgesucht. Und da gab schon einen gewissen Tenor, einen gewissen Konsens, der da, äh, zusammengetragen worden ist. Zum Beispiel die üblichen Verdächtigen. Ja. Der Pate. Casablanca. 2001. Fight Club. Toy Story 3. The Good, The Bad, The Ugly. Brasil. Lost in Translation. Rocky. Sixth Sense, natürlich. Ähm, Thelma und Louise. The Dark Knight, Das Boot. Doktor Seltsam, oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Die Vögel. Walls with Bashir. Achteinhalb. Ritter der Kokosnuss. Funny Games. Whiplash. Old Boy. La La Land. Ja, The Mist. Night of the Living Dead. Planet of the Apes. Truman Show. Shawshank Redemption. Inception. Scarface. Sieben. Deine waren nicht so oft dabei, die du als Alternative genannt hast. Nee, aber du hast ja auch gesagt, wir sollen eben nicht die nehmen, die alle nehmen. Alles gut, alles gut. Also bitte. Ist ja vollkommen richtig. Ja, gut so. Aber wirklich, keiner von euch hat einen dieser Filme. Moment. Als du gesagt hast, ich soll dir die Titel nennen, hab ich dir sofort Whiplash gesagt. Du hast gesagt, der kommt dir sowieso vor. Ich hab dir sofort Whiplash gesagt. Aber warum hast du ihn nicht genommen? Weil du gesagt hast, der kommt sowieso vor. Okay. Das war dann eine Misskommunikation zwischen uns beiden. Ich hab dir auch gesagt, nimm gern Toy Story 3. Das stimmt, aber dann war ich mit meinen drei Enden, die ich hatte, noch zufriedener. Okay. Und du hast ja gesagt, Toy Story 3 kommt wahrscheinlich auch sowieso vor. Ja. Gut, eine Handvoll ist auf meiner erweiterten Liste, zumindest. Ey, wir sind uns, glaube ich, einig, das sind Filme, die stehen für ein krasses, denkwürdiges oder irgendwie, ja, weiß ich nicht, äh, ja, meilensteiniges Ende so, ne? Also ich mein... Die auch teilweise durch ihr Ende eben quasi erst den Stempel aufgedrückt wird. Genau, also Planet der Affen. Wie oft wurde diese Szene zitiert, ja, von den Simpsons bis über, was weiß ich was, Spaceballs. Every ape I see. Ich wundere mich, dass The Sixth Sense für das beste Ende dabei ist. Weil das, wofür der Film bekannt ist, ist nicht das Ende. Aber der... Der Twist ist doch... Der Twist ist so im letzten Drittel und dann passiert noch ein bisschen was. Wobei, dann wär dann die Definition wieder, was bedeutet das Ende oder nicht. Ja, genau. Genau, genau. Und da, ich würde mal einfach bei Sean anfangen, äh, mit einem Film, wo ich mich auch gefragt habe, was meinst du genau? Also... Oh Gott. Mist. Okay. Was, was versuchst du, äh, oder worauf beziehst du dich so genau? Weil wenn man, zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Mhm. Da sagen wir alle, oh, das Ende. Das Ende kriegt mich immer wieder oder was weiß ich so. Dieses Ende ist halt eine halbe Stunde lang. Das läuft noch, glaube ich. Aber da, da versteht man schon sowohl, weiß ich nicht, sie brechen mit dem Schiff auf, aber auch sie knien oder das, das Königreich kniet sich vor den Hobbits nieder so, ne? Also das ist ja wirklich so ein großer Kloß, Rückkehr ins Auenland und was weiß ich, der da halt als Ende definiert wird. Und du hast in deiner, ich hab die, äh, hier, die Leute hab ich hier gebeten, ähm, jeweils drei Enden, die wirklich, äh, ja, sich in ihr Herz gebrannt haben, mir zu nennen. Und du hast Leon der Profi genannt. Ja. Was meinst du da genau? Ähm, ich finde, es ist eine, als Filmemacher-Sicht, finde ich, ähm, es ist eine Kunst, einen Film, oder ein Filmende zu haben, was, ähm, eine Person sterben lässt, die du liebgewonnen hast über den ganzen Film, wo dein, dein tiefstes Inneres möchte, dass diese Person mit einem Happy End den Film, ähm, beendet. Aber du trotz, äh, aber das Ende es trotzdem schafft, dass diese Person stirbt und du trotzdem mit einem coolen Gefühl den Film beendest. Es gibt bei Leon der Profi die Szene, wo Leon, äh, versucht, aus dem Haus zu entfliehen, was von der Polizei attackiert wird und er wird im letzten Moment angeschossen von dem korrupten Bullen und er, ähm, er liegt quasi auf dem Boden, der, der, äh, böse Bulle steht, ähm, über ihn und, ähm, dann kommt der Ring-Trick. Der Ring-Trick ist, wo Leon dem Bullen eine Handgranate in die Hand drückt, ähm, aber seine Hand drauf lässt und der Bulle nicht erkennt, was es ist und Leon hat mit seinem Finger den, ähm, den, 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 genau, den Stift rausgezogen. So, Leon bringt sich selber um, aber auch den Bösen. So, ähm, mein Herz blutet, weil Leon weg ist, aber trotzdem finde ich diese, die Art und Weise, mit wie viel Stolz er gestorben ist, ähm, fand ich so unglaublich gut. Für mich hat das den Film von, einen hervorragenden Film, in die aller, allerhöchste Klasse hervorgehoben. Deswegen ist das für mich einer der geilsten Filmenden überhaupt, weil ich finde, dass es eine Kunst ist, das so hinzuzaubern. Okay, weil danach kommen ja noch diese zwei, drei Momente, wo dann halt auch Natalie Portman die Pflanze einpflanzt und so. Wunderschönes, das ist das i-Tüpfelchen, wo Natalie Portman die Pflanze einflüsst, das ist quasi, wenn du ne Torte hast, kommt noch die Kirsche oben drauf. Ja, cool. Aber dann versteh ich, was du meinst, okay? Weil tatsächlich hab ich auch so ein Ende. Mein dritter Platz ist halt, einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist The Killer von John Woo. Und, äh, da gibt es halt auch ein eher tragisches Ende, ne? Also, der Killer, äh, hat es zwar geschafft, sich mit einem Polizisten zu verbrüdern, um gemeinsam noch fiesere Gangster zur Strecke zu bringen, in einem riesengroßen und geilen Showdown in einer Kirche, weil er ja, ähm, eigentlich nur Geld zusammenkriegen möchte, um einer Frau ne Operation zu bezahlen, die durch einen Anschlag von ihm blind geworden ist. Und, ja, und dann stehen sie da in einem Mexican Stand-off. Also, der Cop und der Auftragskiller gegenüber dem Gangsterboss. Und, ähm, sie versuchen halt, irgendwie ihn zur Strecke zu bringen, aber der Gangsterboss hat natürlich die Frau als Geisel und, äh, kriegt es dann auch hin, Cho Yun-Fat, also den Auftragskiller, wirklich fies, fies anzuschießen, während er aber auch gleichzeitig noch mit seinen letzten Abendzügen versucht, den fertig zu machen. Und das, was du sagst, er opfert sich, beziehungsweise er gibt alles, um den zur Strecke zu bringen und, ähm, ist dabei selbstlos. Also, scheißt auf sich selbst so und geht halt den Weg komplett bis zum Ende, bis halt diese Bedrohung aus der Welt geschafft ist. John Woo hat's bei dem Moment, aber bei dem Film noch mal eine Spur tragischer gemacht, weil der Auftragskiller kurz bevor er stirbt auch noch mal sein Augenlicht verliert und er auf dem Boden lang kriecht und die blinde Frau kriechen auf dem Boden lang, wollen sich eigentlich erreichen, aber kriechen aneinander vorbei. Und das ist Tragik, die mir wirklich bis in Mark und Bein übergegangen ist, während der Polizist, der sich mit ihm angefreundet hat, halt dann noch so die letzten, in seinen, in den letzten Momenten versucht, den Gangster-Boss noch mal komplett fertig zu machen so und dann halt endgültig aus dem Weg schafft. Und das ist halt für mich ein Ende, was ich so niederschmetternd, aber auch gleichzeitig geil fand. Also, weil es halt eben, wie du gesagt hast, so auch so eine Art war, man hat sich bis zum Ende aufgeopfert, um irgendwie das alles zu verhindern, um seine Lieben in Sicherheit zu bringen oder sonst irgendwie. Also, das ist auch etwas, was mir früher sehr, sehr gut gefallen hat und weswegen ich mir dieses Ende immer wieder, also, weswegen mir das so ins Herz gewachsen ist. Bei dir würde mich interessieren, was ist so faszinierend oder geil am Ende von Hangover 3? Ich hab erst überlegt, Hangover 1 zu nehmen. Ja. Es ist mir aber eingefallen, dass dieses ikonische Fotos zeigen und dann die Leerstellen der vergangenen eineinhalb Stunden schließen, dass das ja eigentlich eher der Abspann ist. Ja. Deshalb hab ich das dann rausgenommen. Also, Hangover 1 war der Abspann mit den Fotos war eigentlich mein Plan. Dann hab ich aber überlegt, mal ungeachtet dessen, dass der Dritte ja sehr umstritten ist und ich kenn genauso gut Leute, die ihn mögen und die ihn nicht mögen. Ich glaub auch eher Leute mehr, die ihn nicht mögen. Und da ist mir aber eingefallen, wir haben ja eigentlich von Teil 3 alle erwartet, dass es noch mal 1 oder 2 wird, wenn man ihn überhaupt erwartet hat. Und das ist der Film ja überhaupt nicht und dafür kritisieren ihn ja viele. Ich mag den gerade deshalb, weil er nicht das Gleiche macht wie 1 und 2, sondern sich komplett auf die Figuren verlässt und darauf, dass wir im besten Fall die Figuren durch 1 und 2 liebgewonnen haben und dass wir mit denen jetzt noch mal was wesentlich Größeres erleben. Ich mag das. Ich kann aber auch verstehen, wenn man das nicht mag. Was ich aber so cool finde, ist, dass sie in den letzten 5 Minuten den Film packen, den man eigentlich erwartet hat. Wir haben nämlich am Ende genau das, womit die Filme sonst angefangen haben. Wir haben das Szenario, haben nämlich ein komplett zerstörtes Hotelzimmer. Wir haben, wie heißt der auch aus Kill the Boss und so weiter? Ad Helms. Ad Helms, genau. Wir haben Ad Helms, der plötzlich Brüste hat. Wir haben ein Motorrad, das in der Wand steckt und wir werden niemals erfahren, wie es dazu gekommen ist. Und ich finde das grandios, dass wir im Grunde einen niemals kommenden Hangover 4, die Quintessenz davon, haben wir im Ende von Hangover 3. Fast so ein bisschen. Da kann man dann auch wieder sagen, ja, aber hat der Regisseur da nicht seinem Konzept von 3 vertraut? Finde ich aber nicht. Ich finde, es ist so ein Zugeständnis an die Leute, die gesagt haben, wir wollten aber noch mal eins oder zwei. Und deshalb finde ich das Ende von Hangover 3, selbst wenn man den Film im Gesamten nicht mag, die Idee fürs Ende finde ich grandios. Ja, ich habe einen Artikel gelesen, da hieß es, dass das Ende von Teil 3 tatsächlich eine direkte Reaktion auf all die Kritiker von eins und zwei war. Das wusste ich nicht, aber kann ich mir vorstellen. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, ja, eins und zwei wirkt am Anfang auch immer so, wie kann das nur passiert sein? Und sie kriegen es ja immer noch einigermaßen schlüssig aufgeklärt. Das Ende von Teil 3. Ich behaupte, es ist absolut unmöglich, zum Beispiel die Sache mit Ed Helms Brüsten irgendwie glaubhaft zu erklären, wie das in der vergangenen Nacht passiert sein könnte. Und das ist so schön, dass er, wie heißen der Regisseur noch mal? Todd Phillips. Philipp, genau, war Todd Field noch? Das war Tar. Das war Tar, das ist Joker. Und wer ist Todd Haynes? Das ist ... Der mit der Unterwäsche? Ja, ja, Todd Haynes ist ... Carol? Ja, ja, ich glaub, das ist Carol. Cool, so viele Tods. Nee, und deshalb find ich das, dass er es auch noch mal auf die Spitze treibt und das alles noch mal größer macht als eins und zwei. Das hat dann auch noch so ein Selbstverständnis und so ein Selbstbewusstsein auch noch. Und ich find das Ende von Hangover 3, ich find das ist echt verdammt gut. Da steckt auch irgendwie viel mehr Hintersinn und Kommentar, was du auch grade sagst offenbar, noch drin, als dass so die Komödie auch gebraucht, also der Film an sich auch gebraucht hätte. Aber gerade dafür, dass es ja auch das Ende dann der Trilogie ist und es ja auch bis heute keinen vierten Teil gibt und auch von allen Beteiligten immer gesagt hat, wir werden keinen vierten Teil machen. Ich find, das ist der vierte Teil komprimiert und ich mag das. Ich find, das ist auch jetzt nicht unbedingt selten. Also ich finde, wir haben hier schon ein, zwei, auch in den Sachen, die ich zusammengetragen hab, gibt's Filme, die sind unbedingt vielleicht nicht die allerbesten Filme, aber die schaffen's noch mal durch ihr Ende eben einen draufzusetzen. Ein Beispiel, was ich hier auch in der Liste hatte, den hab ich eben nicht aufgelesen, auch vorgelesen, ist Cool Runnings. Super Beispiel, super Beispiel. Also Cool Runnings ist eine nette Komödie über ein jamaikanisches Bob-Team so und da passieren natürlich die üblichen Stationen. Es gibt viele Widerstände, die alle, die irgendwie nicht verstehen können, warum Jamaikaner Bob fahren, die werden natürlich dann, diese ganzen Klischees werden ausgespielt usw. Aber ich muss sagen, der Moment, wenn sie halt da in dieser Kurve stürzen und dann aber den Schlitten hochnehmen und den ins Ziel tragen, ich war wirklich gerührt. Ich fand das wirklich, das war so würdevoll irgendwie. Also es war so einfach unerwartet. Also der Film hat sich aber die Emotionalität verdient eben, weil du dich an die Charaktere und wirklich deren Vorhaben dann auch mit denen so mittelfiebern kannst, ne? Ja, also das mein ich halt. Also Cool Runnings ist jetzt wahrscheinlich nicht der beste Film aller Zeiten, so. Aber mindestens eine Note besser durch dieses Ende. Durch dieses Ende. Ja. Gregor. So, jetzt bin ich mal gespannt, welchen du dir aussuchst. Mach wieder Reihenfolge nach, oder? Ja, also bei Antje bin ich jetzt ein zuvor gesprungen, aber ich glaube, du wirst ... Ich hab die nicht gerankt. Ich auch nicht eigentlich. Gut, dann geh ich jetzt trotzdem bei dir auf Lautlos im Weltraum. Okay, ja, eine, glaub ich, sehr einzigartige Entscheidung. Auch einen, den ich bei mir im Regal drin hab, war ein schöner Kindheitsfilm von mir. Ich bin ja so ein Sci-Fi-Horror-Action-Nerd und hier hab ich gemerkt, das ist fast alles mehr aus der Sci-Fi-Ecke bei mir. Lautlos im Weltraum, Silent Running im Originalfilm von Douglas Trumbull, eigentlich Effekt-Spezialist, der unter anderem an solchen Filmen wie 2001 mitgearbeitet hat. Legendär für sein Ende? Legendär für sein Ende natürlich, ja. Hab ich hier nicht mit reingenommen. Oder auch Effekte gemacht, er für Close Encounters, also ganz groß im Effektbusiness. Hat aber auch selber Filme gemacht. Es geht ... Es ist quasi so ein environmental Sci-Fi-Thriller, kann man sagen. Es geht darum, dass die komplette Flora auf der Erde ausgestorben ist. Da wächst kein Gras mehr, außer du hast eine Handvoll fliegender Weltraumkuppeln, wo die Reste der menschlichen Vegetation oder was auf der Erde in Vegetation existiert hat, von einer kleinen Crew dann und mithilfe von ein paar Robotern dann am Leben gehalten wird für den Fall, dass es auf der Erde irgendwann wieder möglich ist, die Sachen anzupflanzen. Und du lernst die Crew kennen. Der Hauptdarsteller, um den sich alles dreht, heißt Freeman Lowell, gespielt von Bruce Dern. Und ja, der mit seinen Kollegen, hält die dann im Weltraum sozusagen diese Kuppeln dann aufrecht und versucht dann, das zu erhalten, bis mal der Moment so weit ist. Bis dann aber die Order kommt, hey, wir brauchen die Arbeitskraft und wir brauchen quasi die Station zerstört. Das ist jetzt egal. Zerstört dann die Vegetation und wir geben das auf. Und Bruce Dern oder hier Lowell nimmt das Heft selber in die Hand, denn das wäre wirklich das endgültige Aufgeben. der grünen Erde wird zum Ekoterroristen im Weltraum und bringt seine Kollegen um und versucht, mit diesen Kuppeln zu fliehen vor der Gesellschaft, die die Zerstörung dann anberaumen will. Und das Ding ist ja so, dass dann viel, ein großer Teil des Filmes, nachdem quasi Lowell mit den drei Robotern, denen er den Namen Huey, Duh und Louie gegeben hat, nach Tick, Trick und Track, quasi versucht, auf eigene Faust diese Kuppeln dann am Leben zu erhalten. Aber es verläuft nicht ganz so, wie er sich das denkt. Er hat, ich glaube, es war ein falscher Kurs, der da eingesetzt ist in den Ring des Saturns, sodass da nicht genug Licht auf diese Kuppeln draufhält und langsam fangen an, die Bäume abzusterben. Er hat auch noch einen Unfall. Ich glaube, sein Bein ist kaputt. Letzten Endes führt vieles dazu, dass quasi die einzige Chance, um ein bisschen von dieser Vegetation zu erhalten, weil nach und nach alles zerstört wird, weil durch seine Unachtsamkeit und wie das alles passiert, ist es, einen dieser Roboter auf einer dieser Kuppeln quasi für sich alleine zu lassen und die restlichen Kuppeln, die da sind, mit den zerstörten Robotern, die noch bei sind. Schwierig, das zusammenzufassen. Ich hab nur als Kind das letzte Mal richtig gesehen. Der Fortbestand der Vegetation der Menschheit ist nur gegeben, indem ein Roboter auf so einer Kuppel dann übrig bleibt von allen, was da bis dahin passiert ist. Und das Ende funktioniert dann so, dass sich quasi Lowell von dem einen Roboter verabschiedet, von der einen noch heilen, intakten Kuppel und ihm so den Julian dem Auftrag so gibt, hey, du bist jetzt dafür verantwortlich, ich bin hier bald weg und du musst dann allein auf deine eigene Faust dafür sorgen, dass dann das ist dein Auftrag, dass das alles dann so bleibt. Und Lowell geht weg mit dem kaputten Roboter. Ich glaube, der sprengt sich dann in die Luft mit dem kaputten Raumschiff. Und das Ende ist dann diese letzte Kuppel der grünen Vegetation der Menschheit, wo der kleine Roboter einsam alleine rumgeht und mit einer Gießkanne die letzten Bäume der Menschheit ganz alleine im Weltraum vor sich gießt. Und das ist, glaube ich, ein Lied von John Bass oder so. Genau, genau. Es ist auf jeden Fall so ein richtiger, so ein Herzensding gewesen. Ich weiß als Kind, dass ich den geguckt habe, ich fand die Roboter super knuffig. Und auch wenn man konkret drüber nachdenkt, eigentlich Lowell, der ist komplett durch, dass er auch dann anfängt, die anderen Leute da umzubringen. Ich weiß, dass er mich das als Kind enorm mitgenommen hat. Einfach auch dieses Bild, wo du siehst, die Kuppel, du siehst das Close-Up in der Kuppel, der kleine Roboter fängt an zu gießen und es zoomt so langsam raus und du hörst dieses schöne Lied und weißt, okay, der ist jetzt für alle Ewigkeit alleine da draußen und versucht, die Bäume aufrechtzuerhalten und niemand ist da, der ihn unterstützt. Das ist quasi Proto-Wally. Es ist so ein bisschen, ja. Ich hab's halt auch gedacht, ja. Also es ist viel so, wie gesagt, ich müsst ihr noch mal konkret gucken. Ich hab ja auch nur das Ende jetzt noch mal angeschaut. Aber wenn ich so an Filmenten denke, die mich emotional mitgenommen haben, ich weiß eben, dass ich als kleines Kind schon sehr aufgelöst gewesen bin. Vor allem, weil die Roboter da auch, auch wenn sie nicht gesprochen haben, haben die quasi ihren eigenen Charakter gehabt. Die wurden alle von Amputees dann gespielt. Also Menschen, die dann keinen Unterkörper und alles hatten, die dann in diese Kostüme gepackt wurden, dass sie entsprechend mit der kleinen Größe der Roboter dort herumgehen können. Die hatten entsprechend die Bewegungsfähigkeiten und die Emotionalität, dass sie nicht so technisch gewirkt haben. Und ja, es hat mich ziemlich mitgenommen und ist auch deswegen immer noch so ein Choice von mir. Cool, cool. Ist ein schönes, also ist ein tragisches oder beziehungsweise so ein doppeldeutiges Ende. Ja. Man merkt halt schon, dass da jemand war, der an 2001 mitgearbeitet hat, ne? Ja, wenn du einen, ja, Green Terrorist quasi zum Hauptdarsteller machst, ne? Es hat schon eine klare Message schon in den 70ern gehabt. Der Teufel trägt Prada. Ich hab gelesen, das Ende des Films ist doch ein Unterschied zum Roman, oder? Das kann ich leider nicht beurteilen. Aber lustigerweise, als ich die Liste zusammengestellt hab, die ich dir geschickt habe, drei Leute haben da drüber geguckt und drei Leute haben nicht verstanden, warum das Ende von der Teufel trägt Prada so gut ist. Und du offenbar auch nicht. Ich, nein. Deshalb erklär ich's dir. Aber ich versteh auch nicht, warum der Film so gut ist. Ich kenn mich mit Mode nicht so viel aus. So oder so, es geht ja darum, dass Anne Hathaway, also das ist eine Figur gespielt von Anne Hathaway, dass die als, also so mehr oder weniger über Umwege, sie ist eigentlich Journalistin bei einem Lokalblatt und bekommt dann einen, ja, einen Job als Assistentin bei der Nachbildung von Anna Wintour, die Chefin der Vogue. Also es wird nie Vogue erwähnt und es wird auch nie Anna Wintour erwähnt, aber es ist allgemein bekannt, dass Meryl Streep hier quasi sie verkörpert. Eine total, ja, egozentrische, sehr, gleichzeitig auch sehr viel Ahnung von der Materie haben, aber absolut tyrannische Chefin eben eines Modemagazins. Und wir erfahren so nach und nach so ein bisschen was eben über sie, aber es geht primär um Anne Hathaways Figur. Also wir erleben, wie sie sich dem Ganzen anpasst, wie sie mit ihrer Chefin nach und nach lernt, zurechtzukommen, mehr schlecht als recht. Und über Meryl Streep erfahren wir eigentlich relativ wenig. Es gibt aber so irgendwann in der Mitte eine Szene, in der Darth Anne Hathaway mit zu einer Modepräsentation, die extra für Meryl Streep organisiert wird. Da zeigt ein Designer seine Werke. Und die von, wie heißt der Brillenträger ohne Haare, der Darsteller? Stanley Tucci. Stanley Tucci, die von Stanley Tucci, da, die von Stanley Tucci gespielte Figur erklärt Anne Hathaway so ein bisschen die Regeln. Und sagt dann eben im Vorfeld dieser Modenschau, was die einzelnen Mimiken von Meryl Streep zu bedeuten haben. Also wenn sie nicht sagt, es ist okay, Lippen kräuseln ist das Gefährlichste, das hat auch nur, dann weiß der Designer, okay, es ist komplette Katastrophe. Dann kommt der Satz, der wird noch wichtig. Es gab nur ein Lächeln und dann nennt er irgendeinen Designer und irgendeine Kollektion. Und das ist somit eine der ganz wenigen persönlichen Sachen, die wir über Meryl Streeps Figur erfahren. Es gibt auch noch so ein bisschen was zu ihrem familiären Hintergrund, Scheidung und so weiter. Aber es ist alles nicht so wichtig. Man kommt ja, und das ist ja das Wichtige an Meryl Streeps Figur, man kommt ja einfach nicht an sie ran, weil sie halt so eine Ikone ist und unter ihr kommt lange Zeit niemand. Und der Film endet damit, dass Anne Hathaway nach einem, ich glaub, irgendwie auf dem Weg zu einem Bewerbungsgespräch irgendwie ist. Und sie geht durch die Stadt, ich glaub, es ist New York. Und wir sehen auf der anderen, sie sieht auf der anderen Straßenseite Meryl Streep gerade ins Taxi steigen. Und sie winkt ihr. Und Meryl Streep macht nichts. Ein Umschnitt ins Taxi. Und wir sehen für ein, zwei Sekunden, sehen wir sie lächeln. Wir sehen sie im ganzen Film nicht einmal lächeln. Und dann erinnern wir uns zurück an diese Aussage, sie hat nur einmal gelächelt bei dem und dem, bei der und der Klamotte von dem und dem Designer. Und dass sie lächelt in diesem Moment, wenn man blinzelt, verpasst man's. Und es ist auch dann im nächsten Moment, hat sie wieder ihren verhärmten Gesichtsausdruck drauf und sagt zum Taxifahrer, so, jetzt fahren sie mal schneller. Aber dieses eine Lächeln, das hat sich Anne Hathaway verdient, darüber, dass sie bei Meryl Streep so einen Eindruck gemacht hat. Und trotzdem bekommt sie es nicht zu sehen. Es bekommt nur der Zuschauer, die Zuschauerin in dem Moment zu sehen, weil dieses Lächeln gönnt sie ihr, aber sie hat ja auch nicht gewunken und nichts. Sondern im Stillen, man sieht in dem Moment, sie lässt einmal alles, was Anne Hathaway gemacht hat in den letzten Wochen und Monaten Revue passieren. Und das ist so diese, das ist ihre Art der Anerkennung. Es gibt kein nettes Wort gegenüber Anne Hathaway. Es gibt, wie gesagt, noch nicht mal dieses Winken. Es gibt nur dieses Lächeln im Stillen. Und ich finde, das ist so, es ist so klein und es ist aber so schön. Und es wird ja auch nicht ausgeschlachtet, sondern es ist wirklich, mach ich mal so und ist es wieder weg. Und das finde ich, das hat bei mir was hinterlassen. Und ich muss auch gestehen, ich hab diese, wie ich finde, diese Bedeutung dieses Lächelns, ich musste den Film auch erst drei Filme gucken, um mich dann zurück zu erinnern an dieses, es gab nur ein Lächeln. Und ich glaube, auch wenn den Film zum Beispiel nur einmal geguckt hat, der wird, glaube ich, auch die Verbindung nicht ziehen, weil das einmal in so einem Nebensatz fällt und dann dieses Lächeln einmal nur so ganz kurz ist. Aber ich muss sagen, je öfter ich den Film sehe, desto mehr weiß ich dann doch dieses Ende zu schätzen, weil es ja auch doch noch mal eine einiger, auch nur so eine ganz leicht positive Note Meryl Streeps Figur, auch nicht genug. Weil wie gesagt, hätte sie gewunken, das wäre zu viel gewesen. Ja, oder beziehungsweise hätte sie hätte sie Anne Hathaway wissen lassen, dass sie lächelt. Genau. Also das Wissen, dass sie ihr das Wissen vorenthält. Exakt, genau. Spricht ihr doch noch mal ein bisschen was über den Charakter. Ja, eben. Aber ich finde, das ist schon wirklich in seinem Understatement hat das eine ganz große Wirkung. Deshalb ist es dabei. Okay. Ein Ende, was du genommen hast, habe ich letztens auch noch mal neu schätzen gelernt. Denn ich habe es zum letzten Mal, ich habe es vor einiger Zeit zum ersten Mal in einer alternativen Version gesehen. und ich habe erfahren, dass der Regisseur dieses Endes, James Cameron, wirklich auf dieses Ende bestanden hat. Und es war Mario Kassar, der Produzent dieses Films, namens Terminator 2, der gesagt hat, nee, Alter, mach das weg. Beziehungsweise mach's nicht. Und wenn du mir nicht glaubst, dann lassen wir uns Testvorführungen machen. Und dann gucken wir, was die Testvorführungen bringen. Und die Testvorführungen haben tatsächlich gebracht, dass die Leute damals mit dem alternativen Ende von Terminator 2 nicht so wirklich glücklich fanden, weil sie fanden es, es war zu happy für den eigentlichen Film. Also der Film war vorher so kalt und dunkel und so weiter. Und dass sie jetzt eine alte Sarah Connor zeigen, die an einem Spielplatz sitzt und ihrem Sohn dabei zuguckt, wie er mit seiner Tochter spielt, das war wohl zu viel Feelgood für die Leute. Und deswegen haben sie dieses alternative Ende weggelassen. Sarah Connor darf kein Glück haben. Ey, Mario Kassar war natürlich auch Geschäftsmann, der wusste, okay, wenn wir es jetzt so eindeutig machen, dann werden wir nie wieder eine Fortsetzung hinkriegen. Haben wir auch nicht mehr. Ja gut. Das stimmt nicht. Hingekriegt. Ja, gemacht ja, hingekriegt steht auf einem anderen. Das ist der Gedanke. Aber was ist für dich an diesem Finale so geil? Also ich muss dazu sagen, ich habe Terminator 2 das letzte Mal vor drei Wochen geguckt. Es gibt ja mehrere Fassungen davon. Ich weiß jetzt nicht, welche ich geguckt habe. Ich weiß, meine ging 144 Minuten. Ich habe dieses Filmende gewählt, weil ich habe den Film mit einer Freundin geguckt, die den Film vorher noch nie gesehen hatte. Und da war so ähnlich wie bei dem, was du vorhin beschrieben hast, so kleine Feinheiten drin, die einfach, also ganz kleine Dinger drin, die einfach eine ganze Menge bei einem auslösen und wo man sagt von wegen, okay, das war ideal. Es gibt die Szene ganz am Ende, wo Arnold Schwarzenegger beziehungsweise die Guten den T1000 besiegt haben. Und Arnold Schwarzenegger dann sagt von wegen, er muss auch noch terminiert werden, weil erst dann ist es zu Ende. Und dann gibt es ja die Szene, wo Arnold Schwarzenegger sich an diese Kette festhält und dann ganz langsam in die Lava runterfährt. Und die Szene, wo ich nochmal gesagt habe von wegen, ey, was für ein Geniestreich. Und kann sein, dass jeder jetzt denkt von wegen, was hat der denn für einen Schaden. Aber die Szene, wo er schon runterfährt und sich opfert und man denkt von wegen, oh, sterb doch nicht. Und dann kommt der Daumen hoch. Ich fand die Szene so monstermäßig, weil ich gedacht habe von wegen, das gibt nochmal eine ganz andere Emotionalität. Danke. Weil man eigentlich nicht will, dass er stirbt, aber er signalisiert noch im letzten Moment von wegen, hey, es ist alles in Ordnung, es ist alles okay. Und das hat bei mir nochmal echt sowas ausgelöst, wo ich gedacht habe von wegen, ey, Geniestreich. Ultra simpel, mega Effekt. Vor allem viele Tode, ne? Haben wir jetzt am Ende. Du bist ja die Einzige, die mit dem Lächeln endet. Ja, und wir haben bis jetzt erstmal viel Tod am Ende so. Aber Tod, über den man irgendwie, ich will nicht sagen, glücklich ist, aber der zufrieden stellt. Oder es ist auch ein bisschen blöd. Ich muss sagen, im Dienst des Films und der Geschichte glaube ich auch. Genau, genau. Heldentod. Heldentod, ja. Ich meine, den gibt es ja auch bei deinem, bei einem deiner Filme. Du hast nämlich noch für den Film, vermutlich besten Star Trek Film aller Zeiten. Let's, let's, let's talk about it. Der Zorn des Kahn. Genau, hast du das Ende von Der Zorn des Kahn genommen. Wobei da von wegen Definition auch, es ist nicht die letzte, letzte Szene, sondern eher wirklich die, das letzte, sechste des Films, sagen wir es mal, weil da kommen ja noch eine Handvoll Szenen danach. Ich meine, über die berühmte Todesszene von Spock wurde seit Jahrzehnten schon gesprochen. Und ich als Sci-Fi-Nerd eben und Star Trek-Fan, also es war selbst in meiner Kindheit, war das eine Szene, in der mich komplett zerrissen hat und auch jetzt in der Vorbereitung. Ich musste alleine nur daran zurückdenken. Ich habe es mir dann noch mal angeschaut. Es ist einfach, da bin ich gleich wieder acht Jahre alt oder so. Ja, Run-Up dahin war eben der große Kampf zwischen dann Kirk und Kahn, die sich jeweils in ihren Schiffen dann bekämpft haben. Und Kirk und die Enterprise haben gewonnen. Aber das ist nur passiert, indem Spock selber sich quasi aufgeopfert hat. Er ist in den Reaktor der Enterprise gegangen und hat da sein Werk gemacht, damit die Enterprise noch gewinnen kann. Und eigentlich sind wir in der Position, hey, was, wir haben Kahn besiegt, Kirk ist auf der Brücke, alles in Ordnung, aber wo ist Spock eigentlich? Und dann geht er runter und findet Spock in dieser Reaktorkammer vor, schon komplett geschwächt. Spock hat sich selbst dann in diese Situation begeben, weil er wusste, hey, das werde ich nicht überleben. Aber das Leben von vielen ist wichtiger als das Leben der wenigen oder des einen, wie Spock dann auch gesagt hat. Und wo Kirk runtergeht zu diesem Reaktorraum, wird von Pille und dann Scotty aufgehalten. Und Scotty sagt, er ist schon tot. Wir wissen also schon quasi, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Und dieses Gespräch zwischen Kirk und Spock, wo die beiden quasi nochmal ihre Freundschaft so aufarbeiten, allein dieser auch so viele kleine, schöne Momente oder ja, schön im übertragenen Sinne, aber einfach, was es bedeutet, diese Beziehung zwischen den beiden, die sich über Jahrzehnte eigentlich als Zuschauer aufgebaut hat, in der alten Serie und in den Filmen hier drin. Spock versucht noch sein Vulkaniersein aufrechtzuerhalten, versucht sich noch die Uniform zu richten, bevor er zu Kirk hingeht, um einmal noch so ein bisschen Würde zu bewahren. Aber er hat die Kraft dann einfach nicht mehr und dieses Verabschieden der beiden, dass denen dann nochmal möglich ist, dass Spock das ultimative Opfer gemacht hat. Und es geht dann direkt über, wenn Spock dann gestorben ist, in diese Szene mit dem Sarg, der dann in den Weltraum geschossen wird. Und dieser Moment zerreißt mich immer noch dann. Kirk, William Shatner als Kirk, steht dann da und gibt dann so die Abschiedsrede und sagt dann so, ja, seine Seele ist die menschlichste oder, oder, auf Englisch ist es so, of all the souls that I've ever met, his soul was the most, so eine kleine, bedeutungsschwange Pause und seine Stimme bricht, most human, die menschlichste von allen und ich bin da komplett aufgelöst. Dann, ja, es gibt noch ein paar Szenen danach natürlich, die darauf einzahlen, plus den Tease für was potenziell dann passieren wird, aber alleine dieses, das ist, glaube ich, der heftigste Abschied, den ich von der Filmfigur dann jemals hatte und auch wieder es inszeniert, weil ich auch so investiert bin in dem Ganzen und, ja, ich bin mir sicher, viele Cyphernauts haben wahrscheinlich mehr über diese Szene geweint, als über richtige Person, die im Leben gestorben sind. Na, das Ding ist, ich muss sagen, ähm, es gibt diesen Moment bei Terminator, wo Arnold zu Edward Furlong und sagt, ich weiß jetzt, warum ihr weint, aber das ist etwas, was ich niemals tun kann. Ja. Als ich den jetzt vor einiger Zeit in dieser Alternative, in dieser ultralangen Fassung gesehen habe, sind mir tatsächlich auch die Tränen gekommen, was mir halt, äh, davor eine ganze Zeit lang nicht passiert ist und aber auch bei der, ich hab den, ich hab mit Steven zusammen, hatte ich den Zorn des Kahn nochmal geguckt und da muss ich auch sagen, ich hatte auch bei dem Abschied von Kirk und Spock hatte ich wirklich einen Klos im Hals. Ist das nicht schön, dass man solche Gefühle bei Filmen erleben kann? Also ich freu mich, wenn ein Film das mit mir machen kann. Ja, vor allem aber auch noch. Dafür schaut man ja Filme. Ja, nee, aber vor allem nach so einer Zeit, wo ich das schon ein paar Mal gesehen hab und mir ist eigentlich auch dann vielleicht hier und da mal egal war oder nicht so wirklich nahe gegangen ist, aber dass man halt, es ist auch wirklich immer abtagsformabhängig oder momentabhängig, ob man dann von einer Szene besonders ergriffen wird oder eben halt nicht. So, ja, und das find ich das Schöne an der Sache. Ja, bei mir ist das immer unter Vorbehalt, weil ich bin sehr nah am Wasser gebaut bei vielen solchen Sachen. Wir haben, glaube ich, bei der Picard-Staffel 3 drüber geredet oder so. Also ich war ein Häufchen Elend für die letzten Folgen da bei dem, was da passiert ist, weil einfach so viel dann ineinander gegriffen hat. Und es ist nicht nur Nostalgie, was dafür auch natürlich sorgt, dass solche Sachen dann nochmal hochwallen. Einfach diese Wichtigkeit, diese fiktionalen Figuren in dem eigenen Leben eingenommen haben, wie sehr man sich in die reinversetzen kann und wie glaubhaft die dargestellt werden. Und immer noch quasi der beste Star-Trek-Film. Guckt den regelmäßig alle paar Jahre mal. Ich muss jetzt auch nochmal mit einem Tod weitermachen. Natürlich. Ja, mit einem Tod enden, sagen wir es mal so. Ich hab mich für There Will Be Blood entschieden, weil ich muss einfach sagen, ich hab den ja auch vor einiger Zeit nochmal gesehen. Und dieses Ende, du fragst dich eigentlich, wie soll dieser Film ausgehen? Was soll da jetzt noch kommen? Und der Ölmagnat Daniel Plainview ist jetzt nach wirklich sehr vielen Strapazen, Entbehrungen, Tragödien und auch Streitigkeiten mit eben der Figur von Paul Dano, Eli, ist er jetzt halt wirklich am Ende oder am Ziel angekommen. Er ist einfach reich und mächtig und sitzt da in seiner Villa und ja, vereinsamt aber komplett. Und dann kommt noch einmal Eli vorbei, um ihn, ja, vielleicht zu demütigen, vielleicht auch nur, um eine gewisse Sache zu fragen. und es endet damit, dass Daniel Plainview Eli mit einem Kegel verprügelt beziehungsweise totschlägt, richtig blutig zu Klump schlägt und ja, sein Butler kommt rein und irgendwie will irgendwas wissen, von wegen, ob er noch irgendwas braucht, nachdem er halt den Mann halt wirklich kaputtgeschlagen hat und er guckt nur hoch und sagt, I'm finished beziehungsweise ich bin fertig und dann hört dieser Film auf. Das ist so, äh, wo hab ich's irgendwo gelesen? Es ist ein filmischer Mic Drop. Ja, also. Andere Filme fangen so an. Ja, andere Filme fangen so an. Ja, aber ich finde, nachdem man alles, was man so gesehen hat, nachdem er mit dieser Figur mitgegangen ist, zum Teil mitgelitten hat, wie er seinen Sohn irgendwie, äh, sag ich mal, teilweise verliert beziehungsweise nicht, also, wie er seinen Sohn in den Zug setzt und ihm loszuwerden oder halt irgendwie wegzuhalten davon oder wie sein Sohn auch noch das Gehör verliert und dann aber auch so fiese Szenen, wo du halt merkst, okay, was ist das eigentlich für ein echt kaputter Typ, so, ja? Diese Szene, wenn er noch halt getauft wird, so, wo er wirklich vollkommen dagegen ist und dieser Hass von Daniel Day-Lewis, der da in dem Blick ist gegenüber diesem Pfarrer, der ihn da taufen möchte, weil er es als Bedingung für die Verträge da irgendwie gestellt hat und dann dieser Satz, ich bin fertig, bam, Ende, finde ich. Bei dem Film ist es so noch einmal, weiß ich nicht, ja, mit der Faust auf den Deckel draufgeschlagen, so, jetzt ist zu und es passt einfach fantastisch. Also, wirklich, finde ich, einen ganz, ganz großartigen A-Schlusssatz und B-Halt dann auch gleichzeitig das, also, großartiges Ende. Ob er ihn jetzt wirklich zu Tode hätte prügeln müssen, ja, lass ich jetzt mal so dahingestellt, so, ja, muss meiner Ansicht nach auch nicht unbedingt sein, aber wie es halt erzählt wird, wie es aufgezeigt wird oder inszeniert wird und dann halt noch mit diesem Spruch, während Daniel Day-Lewis in seiner wirklich absoluten Rage ist, fantastisch, großartiges Finale. So, ein großartiges Finale und da wären wir wieder bei dem Film, der vielleicht am Anfang nicht unbedingt der allerstärkste ist oder eher so ein bisschen, ich will mal sagen, handelsüblich ist, der mich aber dann in den letzten, ich will mal sagen, zehn Minuten hat er mich auch noch mal gekriegt und ich hab jetzt ein bisschen was gelesen, dass das Ende ja schon eigentlich immer ein bisschen, also, dass das Ende wohl von vielen deutlich positiver gesehen worden ist, als es letztendlich ist von die Monster-Universität. Ja, ähm, ich kam so ein bisschen drauf, ich hatte ursprünglich, hatte ich ja Toy Story 3 direkt im Kopf und dann kam ich aber darauf, dass wir in der letzten Kino Plus-Folge kam ja kurz Monster-Uni zu sprechen und da hab ich ja schon gesagt, ich find den ganz, ganz toll denn das Interessante ist ja, wir erfahren die Vorgeschichte von Sally und Mike, die wir ja aus die Monster-AG kennen und, ähm, sie gehen halt auf die Monster-Uni, weil, ich glaub, ja, ich glaub, sie heißt sogar Schreck-Universität, denn ihr großer Traum ist es eben einmal bei der Monster-AG zu arbeiten und klar, wir hören die beiden Figuren, die wir aus die Monster-AG kennen, die wir erfahren jetzt, wie sie zur Monster-AG gekommen sind, also kann der Film ja nur damit enden, dass sie zur Monster-AG kommen, das passiert aber nicht, denn der Film deutet an, so zu enden, dass sie von der Uni geschmissen werden, sie erhalten von der Rektorin eine, noch eine Art Lobrede im Sinne von, aber sie haben mich wirklich überzeugt und sie haben mich wirklich beeindruckt so mit ihrer ganzen Art, weil ja gerade Mike auch jemand ist, der ist nicht unbedingt dafür geeignet, dass er halt erschrecker wird, aber sie verstoßen eben gegen die Uni-Regeln und deshalb werden sie am Ende der Uni verwiesen, was für ein Pixar-Film, der, wo ja sonst immer im Vordergrund steht, ja, der eine, der nicht, der passt da nicht hin, aber natürlich kommt er zur Monster-AG, weil er glaubt ganz fest dran und dann endet der Film augenscheinlich damit, dass sie von der Uni verbannt werden quasi und dann kommt aber das Ende und beim Ende sieht man, dass Mike und Sully sehr wohl zur Monster-AG kommen, sie fangen nämlich in einer Poststelle an und dann ist das Ende ein Zeitraffer, wie sie es schaffen, sich in der Monster-AG hochzuarbeiten und wenn man mal so darüber nachdenkt, dann hat der Film letzten Endes die Aussage, nee, du kannst nicht alles schaffen, nur wenn du fest dran glaubst, Komma, aber du kannst dich vielleicht auch dorthin arbeiten und das ist so ein, für einen Pixar-Film ist das so ein unromantisches und nüchternes Ende, ich mag aber dann trotzdem, dass ja die Figuren, die ich so mag, dass die ja trotzdem ihren Traum irgendwie verwirklicht haben, nur eben nicht durch fest dran glauben, sondern durch normale, harte Arbeit und aus irgendeinem Grund, ich find auch so, das ist dann so eine Szenenmontage mit lustiger Musik und man hat noch so so kleine Gags auch dabei, die halt zeigen, wie haben sie's von der Station zu der geschafft und so und irgendwie find ich, es ist mit so für mich einer der überraschendsten Pixar-Filme im gesamten Kanon und am Ende ist er auch so schön, dadurch, dass man eben nicht dieses hat, sie haben's durch ihren großen Willen erreicht, sondern wirklich einfach mal durch ganz normale Arbeit, find ich, ist es fast viel inspirierender, gerade für kleine Kinder, die ja auch viele, die ja auch die Pixar-Filme gucken, das ist doch ein viel leichter zu erreichen da, also der Weg ist doch viel leichter, den kann man ja wirklich zeigen, so, ja und damit kannst du's schaffen, du brauchst nicht dran glauben, du musst daran arbeiten und das aber so gewitzt und auch so charmant und natürlich auch damit, dass sie dann die richtigen Dinge in den richtigen Momenten tun und natürlich gehört auch ein bisschen Glück dazu und natürlich machen sie das, schaffen sie es auch wiederum natürlich nur sich hochzuarbeiten, weil sie unbedingt Bock haben, in der Monster AG zu arbeiten, aber irgendwie ist das, das ist irgendwie ein geiles Ende, muss ich sagen. Wie ich fand schon den Aufgalopp mit den Pfadfindern, die sie erschrecken müssen, dass der die Vorzeichen nochmal einmal so umkehrt, also die ganze Vorgeschichte, das fand ich auch cool. Genau. Also, oh. Pixar hat generell viele gute Enden, ich hab überhaupt nicht drüber nachgedacht, als du mir die mehr geschrieben hast, von wegen gute Filmenden, jetzt sagst du gerade Pixar, mir fällt ein Film nach den anderen ein, der ein mega gutes Ende hat, so Ratatouille zum Beispiel, finde ich das Ende mega, mega gut, etc. Aber ja, danke nochmal, hab mich gerade nochmal zum Nachdenken gebracht. Aber dich hat anscheinend auch das Ende von Prestige zum Nachdenken gebracht. Ja. The Prestige, einer der für mich besten Filme, die ich in den letzten 20 Jahren gesehen habe. Kurzfassung, wieso das Ende mich so gegriffen hat, wir haben ja gerade schon mal angeteasert, dass bei Christopher Nolan Filmen weiß man ja ganz oft nicht, wo man gerade ist und es ist sehr oft schwer zu folgen, aber trotzdem nicht langweilig dabei. Und, ähm, bei The Prestige gab es die Szene, wo quasi am Ende aufgelöst wurde, wie so, also wie der Film über, beziehungsweise die ganze Handlung wurde quasi im letzten Moment aufgelöst. Und ich kann mich daran erinnern, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, hat das Ende mich dazu gebracht, dass ich sofort im Anschluss den Film nochmal geguckt habe und den noch mehr genießen konnte, weil ich dann wirklich verstanden habe, was ich da gerade gucke. So, und, ähm, deswegen habe ich dieses Ende gewählt. Ähm, ich kann wirklich nur jedem wirklich Filmeliebhaber, der den Film noch nicht gesehen hat, ans Herz legen. Es ist ein ganz toller Film, den ich in keine, in kein Genre einordnen kann. Ich weiß bis heute nicht, ist es ein Drama, ist es ein Krimi, ist es ein, ähm, ein, ein Artfilm, ist es ein, ein Historienfilm, ich habe keine Ahnung, was ist es. Fantasy-Film. Fantasy, keine Ahnung, es ist aber geil. Ja. Ja, vor allem, weil es halt nochmal so schön unterstreicht, was das eigentlich für Besessene sind. Also, wie dedicated, oder wie, 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 wie. Wie weit die gehen. Ja, genau, also wie weit die gehen. Also, so wirklich bis zum Äußersten. Das hatten wir jetzt ja auch hier ein paar Mal schon heute. Ähm, und das, finde ich, repräsentiert das, oder wird am Ende nochmal richtig schön vor Augen geführt, so, und halt gerade die, wir müssen sie, glaube ich, nicht machen, die Auflösung um Christian Bale. Genau. Äh, finde ich. Unfassbar. Es ist interessant, in den Filmen, die wir ausgesucht haben jetzt, ich glaube, das erste ist so, wo man sagen würde, Twist-Ending so ein bisschen. Ja, ja, ja. Dass wir alle nicht jetzt hier auf das, oh, wir drehen's nochmal auf dem Kopf, weil so, wie du's geäußert hast, viele Leute, die an Sixthands dann eben auch noch mehr Interesse hatten, da hat natürlich der liebe Shyamalan noch genau die Szenen gezeigt, dass du es vielleicht nicht nochmal angucken willst, aber da ist das zweite Angucken eigentlich mindestens genauso spannend wie das erste. Ja. Fand ich auch bei Fight Club. Also, ich fand, das zweite Angucken bei Fight Club hat nochmal irgendwie eine ganz andere Spannung generiert oder eine ganz andere Unterhaltung generiert als beim ersten Mal. Beim ersten Mal hast du nur gedacht, oh, boah, okay. Und dann ... Da wird ein bisschen ein anderer Film draus. Und dann wird ein anderer Film draus. Genau. Und ich mein, je öfter du Fight Club siehst, ich mein, ich will mich nicht freisprechen. Ich saß am Ende vom ... Also, beim ersten Mal saß ich auch da und hab gefeiert, dass die Hochhäuser einstürzen so, ja. Oder hab irgendwie geschmunzelt oder fand's irgendwie cool, dass das jetzt irgendwie so ein ... Dass das Projekt Chaos jetzt wirklich zum Chaos geworden ist. Letztendlich ist es ja nichts, worüber man sich eigentlich freuen dürfte. Beziehungsweise worüber man ... Was man wirklich cool finden sollte. Also, zumindest will's der Film nicht. Ja, man soll ja nachdenken. Ich weiß, ich hätt 12 Monkeys noch nehmen müssen. Auch gut. Aber ist das nicht ein ultrahohes Qualitätsmerkmal, wenn ein Filmende es schafft, dass du noch mal Lust hast, den Film sofort im Anschluss zu gucken. Und dann noch was Neues rausgelerieren kannst. Genau, und noch mal ein ganz anderes Erlebnis mit dem Film hast. Also, ich find, das ist wirklich so einer der höchsten Künste, die es beim Filmemachen gibt. Und das gelingt meiner Ansicht nach auch deinem Ende, aber allerdings nur mit einer gewissen Zusatzinformation. Gregor hat nämlich als letztes Ende das Ding aus einer anderen Welt. The Thing von John Carpenter. The Thing, The Thing, da ist es. Mein liefster Horrorfilm aller Zeiten. Nicht nur wegen dem Horror, der mit dabei ist, sondern das Thema des Films sind Zweifel. Und sich nicht sicher sein, welche Person ist, welche Paranoia ist, worauf es aufgebaut ist. Auf einer Station in der Arktis, in der Arktis, ne? Ja. Wird ein Alien gefunden. Und dieses Alien kann den quasi das Aussehen von anderen Personen einnehmen. Und dann wird zwar auf der einen Seite ein typischer Horrorfilm draus, dass nach und nach natürlich die Protagonisten anfangen zu sterben. Aber man weiß nie, welcher Protagonist wurde gerade oder welcher von den Schauspielern oder von den Teilnehmern da von dem Alien übernommen. Und du hast immer sehr schön über diese Perspektivenwechsel. Welche Person hat man gerade nicht gesehen? Könnte es schon ein Alien sein? Es gibt die berühmte Szene mit dem Bluttest, die dann auch dann einfach eskaliert. Darüber hinaus der fantastische Soundtrack von Morricone. Du hast die tollen Effekte von Rob Bottin, warst du hier, oder? Mhm. Und der Film geht dann damit zu Ende. Der Großteil der Crew auf der Station ist gestorben. Aber es gibt einen Showdown mit der Kreatur in einer Hütte. Kurt Russell als McReady schafft es mit einem Plan. Der Einzelne, der, glaube ich, noch übrig ist, ist dann Chiles, gespielt von Keith David. Die schaffen es, die Kreatur in einer Hütte quasi dann so zu cornern, in eine Ecke zu packen. Und Kurt Russell kann dann mit einer Dynamitstange quasi diese Fieber oder die Kreatur sprengen. Oder zumindest ist es das Gefühl, was man hat. Aber während dieser Szene hat er den Kontakt zu Keith David verloren, also im Charakter Chiles. Und die treffen sich erst danach wieder, nachdem quasi diese Explosion stattgefunden hat. Und jetzt sind sich die beiden nicht einig. Moment, dich habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Bist du noch ein Mensch? Dich habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Bist du noch ein Mensch? Die beiden als Charaktere sind sich nicht sicher, obwohl das eigentlich schon die Coda des Films ist. Obwohl man eigentlich da schon die Kreatur ist besiegt, voneinander ablassen kann. Die Figuren wissen es aber untereinander nicht. Und das Beste ist, als Zuschauer weißt du es auch nicht. Und der Film geht genauso dann ohne richtige Antwort zu Ende, wie die Charaktere keine Antwort gehabt haben mit der Paranoia, mit der Frage. Und so heilt das Ende noch weiter nach. Und ich fand, das war echt ein passendes Ende eben wie ... Also, das hätte eine konkrete Auflösung kaputt gemacht. Ja, also er sagt ja, glaube ich, was machen wir jetzt? Und ich glaube, Kurt Russell sagt, wir warten mal ab. Wir bleiben jetzt einfach einmal hier sitzen und warten bis zum Morgengrauen, was dann passiert. Und ich finde, das ist so ein bisschen ... Also, das ist auch eine echt schöne Aussage, die man auf ... Gerade damals, zu Zeiten des Kalten Krieges, auf eben so eine Kriegssituation übertragen kann oder auf eine Rivalität übertragen kann, die kurz davor ist, in einem Krieg zu enden. Weil keiner weiß genau, was ist der andere, was kann der andere, was hat der andere. Und weil das keiner weiß, will auch keiner den ersten Schritt machen. Und deswegen sagen sie halt, okay, warten wir einfach ab, was passiert. So, und verharren in diesem Zustand, was kein Idealzustand ist, beziehungsweise was niemals die Ideallösung sein sollte. Aber sie können auch nichts anderes machen. Also, sie sind verdammt dazu, stillzustehen und auszuharren. Und das finde ich schon irgendwie, gerade in Bezug auf die, sag ich mal, Patz-Situation der Supermächte, finde ich das schon einen coolen Schluss. Du findest natürlich noch mehr, was du da reinlesen kannst. Ich meine gerade so Filmenden, die dich nicht mit den Antworten zurücklassen. Wenn du so was wie Inception noch mal mit reinnimmst, wo du auch Interpretationsschutzfrauen hast. Also, wie genau die Leute auf diesen Kreisel geguckt haben, dieses leichte Wackeln, was noch drin ist. Aber es ist absolut richtig, dass er weggattet, bevor irgendwas passiert. Ja, schönes Ende, auch ein schönes Ende. Auch so gerade durch diesen einen Spruch so, ja, gucken wir mal, was passiert. Gucken wir mal, was passiert. Ja, das ist so, es ist sowohl hoffnungsvoll als auch hoffnungslos so, ja, und deswegen. Ja, und ich hab zum Schluss, und damit schließt sich der Kreis, hab ich das Ende von Raiders of the Lost Ark. Yes! Auf meiner weiteren Liste mit drauf. Ja, weil ich muss halt einfach sagen, es macht den Film noch mal so rund. Also, Indy ist ja jemand, der am Anfang des Films, als er beauftragt wird, die Bundeslade zu finden, beziehungsweise den, den, die, den, zu verhindern, die Nazis irgendwie daran, also die Nazis daran zu hindern, diese Bundeslade in die Finger zu kriegen, ist er ja eigentlich jemand, der das noch gar nicht irgendwie so annimmt. Ja, der sagt halt, ja, das ist vielleicht die Macht Gottes, ein Blitz oder sonst irgendwas so. Also, jemand, der halt nicht gläubig ist, der halt irgendwie Wissenschaftler durch und durch ist. Und am Ende, und das ist ja das, was wir vorhin schon gesprochen haben, Spielberg inszeniert ja oft immer diese Augen, gerade in Raiders of the Lost Ark so. Und am Ende passiert genau das, die Augen haben keine Bewandtnis, sondern sieh nicht hin. Ja, sieh nicht hin. Und Indy begreift aber, indem er nicht hinsieht, akzeptiert er das, was da passiert so. Also, er ist sich im Klaren, dass es doch Mächte gibt, die über seine Rationalität, über seinen Verstand herausgehen. Und das zum einen, diese Erkenntnis, aber dann, es ist einfach, ich find, mit der Musik von John Williams, das Zunageln der Kiste, und du siehst, die Bundeslade wird in irgendeine Lagerhalle geschoben, ja, wo tausend andere Kisten stehen. Allein die Vorstellung, was ist in diesen anderen Kisten drin? Genau, genau, genau. Allein das fand ich damals als Kind schon so geil. Und dann aber halt auch dieses so, der Held hat's zwar geschafft, aber er hat's halt doch nicht geschafft. Genau, ja. Ja, weil da immer noch Kräfte sind, auf die er keinen Einfluss hat, beziehungsweise die ihn irgendwie übertrumpfen. So, und das alles zusammen mit der Musik, mit dem Mysteriösen, find ich einfach ein wundervolles Filmende. Das ist auf jeden Fall wohl eines der besten Endbilder, den ich mir hatte mit dieser Lagerhalle. Ich hab auch nachgedacht, ob ich vielleicht den oder dann Last Crusade da mit reinnehme, weil genau das Wachstum von Indiana Jones als Figur, von wegen, wo er noch mal dann in der Szene ist, greife ich nach dem Gral und seinem Vater ihm sagt, du musst loslassen, dann in dir oder so was, wo du das Wachstum in der Figur dann später auch fantastisches Ende. Und für viele natürlich halt dann auch einfach der perfekte Abschluss, muss man auch sagen, Indiana Jones in The Last Crusade wurde auch oft in diesen Listen genannt, weil Vater und Sohn, die sich wirklich vorher so fremd waren, dass der Sohn noch nicht mal den Namen des Vaters, das dem eigentlich gegeben worden ist, annehmen möchte, sind am Ende vereint. Sie haben wieder etwas dazugelernt. Sie haben spirituell eine Menge erfahren und sie reiten in den Sonnenuntergang. Also ich meine, welche schönere Bild gibt es denn? Ich wollte gerade sagen, also das perfekte Bild ist, in den Sonnenuntergang reiten, ja. Boah, hab ich jetzt gerade Bock auf den Film. Ja, aber genau dafür sind wir noch hier und genau dafür sind wir noch angetreten. Also, wir müssen zu einem Ende kommen, aber finde ich schön. Also freut mich, die Auswahl freut mich, die Begründung freut mich. Das ist halt das, was es meiner Ansicht nach dann auch immer wieder auszeichnen kann, wie man halt dann gewissen Bildern, gewissen Situationen, gewissen Szenen gegenübersteht und was die in einem auslösen. Was machen wir die miesen Enten? Die miesen Enten kommen auch noch. Okay. Die miesen Enten kommen auch noch. Schau mal an, du bist dran. Ich denke, wir werden noch mal vielleicht mit ein paar anderen Leuten über die geilsten Enten reden, aber ich glaube, wir sollten vielleicht dann noch mal so ein eigenes Spezial nur über die miesesten Enten reden. Da wäre ich auch gerne dabei. Da könnten wir aber theoretisch echt eine Top-Five-Shamalon machen, oder? Eigentlich schon, ja. Top-Fam. Diese Folge darf aber, das letzte Drittel muss fehlen einfach. Ja. Das wird zum Ende gehen. Cool. Dann sage ich einmal, danke schon. Danke, Gregor. Danke, Antje. Ja, danke. Danke, danke für euch da draußen. Ich gehöre jetzt zum Club. Ich habe es geschafft. Also wir konnten hier mit Gregor gleichziehen. Herzlichen Glückwunsch, Daniel. Dankeschön. Stellvertretend für alle Leute, die hier regelmäßig dabei sind. Aber die 100.000 Abos bei YouTube für den Kino Plus-Sanal habt ihr euch alle mehr als richtig verdient. Danke auch für den Support, den ihr mir gegeben habt. Ich habe das ein bisschen vor euch erreicht, die Marke. Ich bringe meine Plakette dann vorbei und die spielen gemeinsam. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Aber ihr macht hier tolle Arbeit. Ich bringe meine drei mit. Ja, okay. Du bist auch ein bisschen länger im Business. Wenn deine Plakette sich bewegt, dann sehe ich das. Ja, sehr gut. Ja, gut. Kannst du gerne mitbringen. Wir lassen sie alle miteinander spielen. Ey, vielen, wirklich. Vielen, vielen Dank, liebe Leute da draußen. Das hat mich ein bisschen überrascht, dass es jetzt auf einmal dann doch so schnell ging. Ja, also ich hätte nicht, also ich habe gedacht, okay, das dauert jetzt noch so bis Ende des Jahres. Aber dass es jetzt doch so schnell ist, vielen, vielen Dank. Wir konnten noch nicht so schnell darauf reagieren. Aber ich hoffe, das können wir nächste Woche machen, wenn dann hoffentlich auch Eddie und Andi mit am Start sind. Mal schauen. Weiß man ja nie so. Aber es kommt auf jeden Fall was. Und ich habe ja, glaube ich, großmundig versprochen, es gibt einen Dosenbeats mit Filmmusik. Ja, ja. Dances of the Lost Ark. Ja, das, ich hoffe, das kriegen wir irgendwie gewuppt. Ich hoffe, ich kann das hier bei Rocket Beans vielleicht bei dem einen oder anderen durchdrücken. Ich bitte um ein bisschen Geduld, aber ich werde auf jeden Fall versuchen, wiedergutmachen zu leisten beziehungsweise ein Dankeschön dafür abzulassen. Danke euch, danke euch da draußen. Schickt uns doch mal gerne eure Lieblingsenden der Filmgeschichte. Würde mich auch mal interessieren. Vielleicht habt ihr ja noch das eine oder andere, wo wir gesagt haben, ah, natürlich, hätten wir mit dabei haben müssen. Zum Beispiel, das Leben der Anderen. Finde ich, hat einen wundervollen Schlusssatz, wo er dann ins Buch reinguckt und er liest diese Widmung für, weiß ich nicht, Kommandant irgendwas und der Buchverkäufer fragt ihn, wollen Sie es, soll ich es Ihnen einpacken? Und er so, nee, danke, ist es für mich und das finde ich auch einen ganz, ganz tollen Schlusssatz. Gut, dass nochmal ein deutsches Ende hier drin ist. Ja, stimmt, ne? Ja. Das Boot hätten wir, aber das wäre auch wieder viel tot. Deswegen lieber das Leben der Anderen. Der Satz ist nämlich so wirklich wunderschön. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash kino plus bis zum nächsten Mal.